Arthur Schnitzler, Fräulein Else Du willst wirklich nicht mehr weiterspielen, Else? Nein, Paul, ich kann nicht mehr. Adieu. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Aber Else, sagen Sie mir doch Frau Sissi. Oder lieber noch Sissi, ganz einfach. Auf Wiedersehen, Frau Sissi. Aber warum gehen Sie denn schon, Else? Es sind noch volle zwei Stunden bis zum Dinner. Spielen Sie nur Ihr Single mit Paul, Frau Sissi. Mit mir ist's doch heut wahrhaftig kein Vergnügen. Lassen Sie sie, gnädige Frau. Sie hat heut ihren ungnädigen Tag. Steht dir übrigens ausgezeichnet zu Gesicht, das ungnädig sein, Else. Und der rote Sweater noch besser. Bei blau wirst du hoffentlich mehr Gnade finden, Paul. Adieu. Das war ein ganz guter Abgang. Hoffentlich glauben die zwei nicht, dass ich eifersüchtig bin. Dass sie was miteinander haben, Cousin Paul und Sissi Moore, darauf schwöre ich. Nichts auf der Welt ist mir gleichgültiger. Nun wende ich mich noch einmal um und winke ihnen zu, winke und lächle. Sehe ich nun gnädig aus? Ach Gott, sie spielen schon wieder. Eigentlich spiele ich besser als Sissi Moore. Und Paul ist auch nicht gerade ein Matador. Aber gut sieht er aus, mit dem offenen Kragen und dem bösen jungen Gesicht. Wenn er nur weniger affektiert wäre. Brauchst keine Angst zu haben, Tante Emma. Was für ein wundervoller Abend. Heute wäre das richtige Wetter gewesen für die Tour auf die Rosetta-Hütte. Wie herrlich der Simone in den Himmel ragt. Um fünf Uhr wäre man aufgebrochen. Anfangs wäre mir natürlich übel gewesen wie gewöhnlich. Aber das verliert sich. Nichts köstlicher als das Wandern im Morgengrauen. Der einäugige Amerikaner auf der Rosetta hat ausgesehen wie ein Boxkämpfer. Vielleicht hat ihm beim Boxen wer das Auge ausgeschlagen. Nach Amerika würde ich ganz gern heiraten. Aber keinen Amerikaner. Oder ich heirate einen Amerikaner und wir leben in Europa. Villa an der Riviera. Marmor-Stufen ins Meer. Ich liege nackt auf dem Marmor. Wie lang ist's her, dass wir in Mentone waren? Sieben oder acht Jahre. Ich war dreizehn oder vierzehn. Ach ja, damals waren wir noch in besseren Verhältnissen. Es war eigentlich ein Unsinn, die Partie aufzuschieben. Jetzt wären wir jedenfalls schon zurück. Um vier, wie ich zum Tennis gegangen bin, war der telegrafisch angekündigte Expressbrief von Mama noch nicht da. Wer weiß, ob jetzt. Ich hätt noch ganz gut ein Set spielen können. Warum grüßen mich diese zwei jungen Leute? Ich kenn sie gar nicht. Seit gestern wohnen sie im Hotel, sitzen beim Essen links am Fenster, wo früher die Holländer gesessen sind. Habe ich ungnädig gedankt? Oder gar hochmütig? Ich bin sie ja gar nicht. Wie sagte Fred auf dem Weg vom Coriolan nach Hause? Frohgemut. Nein, Hochgemut. Hochgemut sind sie, nicht hochmütig, Else. Oder ein schönes Wort. Er findet immer schöne Worte. Warum gehe ich so langsam? Fürchte ich mich am Ende vor Mamas Brief? Nun, angenehmes wird er wohl nicht enthalten. Express? Vielleicht muss ich wieder zurückfahren. Oh weh. Was für ein Leben. Trotz rotem Seidenswetter und Seidenstrümpfen. Drei Paar. Die arme Verwandte von der reichen Tante eingeladen. Sicher bereut sie's schon. Soll ich's dir schriftlich geben, teure Tante, dass ich an Paul nicht im Traume denke? Ach, an niemanden denke ich. Ich bin nicht verliebt. In niemanden. Und war noch nie verliebt. Auch in Albert bin ich's nicht gewesen, obwohl ich es mir acht Tage lang eingebildet habe. Ich glaube, ich kann mich nicht verlieben. Eigentlich merkwürdig. Denn sinnlich bin ich gewiss, aber auch hochgemut. Und ungnädig, Gott sei Dank. Mit 13 war ich vielleicht das einzige Mal wirklich verliebt. In den Van Dijk. Oder vielmehr in den Abbé de Grue. Und in die Renat auch. Und wie ich 16 war am Wörthersee. Ach nein, das war nichts. Wozu nachdenken? Ich schreibe ja keine Memoiren. Nicht einmal ein Tagebuch wie die Bertha. Fred ist mir sympathisch, nicht mehr. Vielleicht, wenn er eleganter wäre. Ich bin ja doch ein Snob. Der Papa findet's auch und lacht mich aus. Ach, lieber Papa. Du machst mir viel Sorgen. Ob er die Mama einmal betrogen hat? Sicher. Öfters. Mama ist ziemlich dumm. Von mir hat sie keine Ahnung. Andere Menschen auch nicht. Fred? Aber eben nur eine Ahnung. Himmlischer Abend. Wie festlich das Hotel aussieht. Man spürt lauter Leute, denen es gut geht und die keine Sorgen haben. Ich zum Beispiel. Haha, schade. Ich wäre zu einem sorgenlosen Leben geboren. Es könnte so schön sein. Schade. Auf dem Simon liegt ein roter Glanz. Paul würde sagen, Alpenglün. Das ist noch lang kein Alpenglün. Es ist zum Weinen schön. Ach, warum muss man wieder zurück in die Stadt? Guten Abend, Fräulein Else. Küss die Hand, gnädige Frau. Vom Tennis? Sie sieht's doch. Warum fragt sie? Ja, gnädige Frau. Und gnädige Frau machen noch einen Spaziergang? Ja, meinen gewohnten Abendspaziergang. Den Rolleweg. Der geht so schön zwischen den Wiesen. Bei Tag ist er beinahe zu sonnig. Ja, die Wiesen hier sind herrlich. Besonders im Mondenschein von meinem Fenster aus. Guten Abend, Fräulein Else. Küss die Hand, gnädige Frau. Guten Abend, Herr von Dorste. Vom Tennis, Fräulein Else? Was für ein Scharfblick, Herr von Dorste. Spotten Sie nicht, Else. Warum sagt er nicht Fräulein Else? Wenn man mit dem Racket so gut ausschaut, darf man es gewissermaßen auch als Schmuck tragen. Esel. Darauf antworte ich gar nicht. Den ganzen Nachmittag haben wir gespielt. Wir waren leider nur drei. Paul, Frau Mohr und ich. Ich war früher ein enragierter Tennisspieler. Und jetzt nicht mehr? Jetzt bin ich zu alt dazu. Ach, alt. In Marienlist, da war ein 65-jähriger Schwede, der spielte jeden Abend von 6 bis 8 Uhr. Und im Vorjahr hatte er sogar noch bei einem Turnier mitgespielt. Nun, 65 bin ich Gott sei Dank noch nicht, aber leider auch kein Schwede. Warum leider? Das hält er wohl für einen Witz. Das Beste, ich lächle höflich und gehe. Küss die Hand, gnädige Frau. Adieu. Herr von Dorste. Wie tief er sich verbeugt und was für Augen er macht. Kalbsaugen. Habe ich ihn am Ende verletzt? Mit dem 65-jährigen Schweden? Hm. Schad auch nichts. Frau Wienerwehr muss eine unglückliche Frau sein. Gewiss schon nahe an 50. Diese Tränensäcke. Als wenn sie viel geweint hätte. Ach, wie furchtbar, so alt zu sein. Herr von Dorste nimmt sich ihrer an. Da geht er an ihrer Seite. Er sieht noch immer ganz gut aus mit dem grau-melierten Spitzbart, aber sympathisch ist er nicht. Schraubt sich künstlich hinauf. Was hilft Ihnen, Ihr erster Schneiderherr von Dorste? Dorste. Sie haben sicher einmal anders geheißen. Da kommt das süße kleine Mädel von Sissi mit ihrem Fräulein. Grüß dich Gott, Fritzi. Bonsoir, Mademoiselle. Vous allez bien? Merci, Mademoiselle et vous? Was sehe ich, Fritzi? Du hast ja einen Bergstock. Willst am Ende den Simon besteigen? Aber nein. So hoch hinauf darf ich noch nicht. Im nächsten Jahr wirst du es schon dürfen. Pah, Fritzi. Un bientôt, Mademoiselle. Bonsoir, Mademoiselle. Eine hübsche Person. Warum ist sie eigentlich Bonn? Noch dazu bei Sissi. Ein bitteres Los. Ach Gott, kann mir auch noch blühen. Nein, ich wüsste mir jedenfalls was Besseres. Besseres? Köstlicher Abend. Die Luft ist wie Champagner, sagte gestern Dr. Waldberg. Vorgestern hat es auch einer gesagt. Warum die Leute bei dem wundervollen Wetter in der Halle sitzen? Unbegreiflich. Oder wartet jeder auf einen Expressbrief? Der Portier hat mich schon gesehen. Wenn ein Expressbrief für mich da wäre, hätte er mir ihn sofort hergebracht. Also keiner da. Gott sei Dank. Ich werde mich noch ein bisschen hinlegen vor dem Diner. Warum sagt Sissi Dinner? Dumme Affektation. Passend zusammen, Sissi und Paul. Ach, wäre der Brief lieber schon da. Am Ende kommt er während des Dinner. Und wenn er nicht kommt, habe ich eine unruhige Nacht. Auch die vorige Nacht habe ich so miserabel geschlafen. Freilich, es sind gerade diese Tage. Darum habe ich auch das Ziehen in den Beinen. Dritter September ist heute. Also wahrscheinlich am sechsten. Ich werde heute Veronal nehmen. Oh, ich werde mich nicht daran gewöhnen. Nein, lieber Fred. Du musst nicht besorgt sein. In Gedanken bin ich immer per Du mit ihm. Versuchen sollte man alles. Auch Haschisch. Der Marine-Fähnrich Brandl hat sich aus China, glaube ich, Haschisch mitgebracht. Trinkt man oder raucht man Haschisch? Man soll prachtvolle Visionen haben. Brandl hat mich eingeladen, mit ihm Haschisch zu trinken oder zu rauchen. Frecher Kerl. Aber hübsch. Bitte sehr, Fräulein, ein Brief. Der Portier. Also doch. Ich wende mich ganz unbefangen um. Es könnte auch ein Brief von der Caroline sein oder von der Bertha oder von Fred oder Miss Jackson. Dankeschön. Doch von Mama. Express. Warum sagt er nicht gleich ein Expressbrief? Oh, ein Express. Ich mache ihn erst auf dem Zimmer auf und lese ihn in aller Ruhe. Die Marchesa. Wie jung sie im Halbdunkel aussieht. Sicher 45. Wo werde ich mit 45 sein? Vielleicht schon tot. Hoffentlich. Sie lächelt mich so nett an. Wie immer. Ich lasse sie vorbei. Nicke ein wenig. Nicht, als wenn ich mir eine besondere Ehre daraus machte, dass mich eine Marchesa anlächelt. Buona sera. Sie sagt mir Buona sera. Jetzt muss ich mich doch wenigstens verneigen. War das zu tief? Sie ist ja um so viel älter. Was für einen herrlichen Gang sie hat. Ist sie geschieden? Mein Gang ist auch schön. Aber ich weiß es. Ja, da ist der Unterschied. Ein Italiener könnte mir gefährlich werden. Schade, dass der schöne Schwarze mit dem Römerkopf schon wieder fort ist. Er sieht aus wie ein Filou, sagt Paul. Ach Gott, ich habe nichts gegen Filous. Im Gegenteil. So, da wäre ich. Nummer 77. Eigentlich eine Glücksnummer. Hübsches Zimmer, Zirbelholz. Dort steht mein jungfräuliches Bett. Nun ist es richtig ein Alpenglün geworden. Aber Paul gegenüber werde ich es abstreiten. Eigentlich ist Paul schüchtern. Ein Arzt. Ein Frauenarzt. Vielleicht gerade deshalb. Vorgestern im Wald, wie wir so weit voraus waren, hätte er schon etwas unternehmender sein dürfen. Aber dann wäre es ihm übel ergangen. Wirklich unternehmend war eigentlich mir gegenüber noch niemand. Höchstens am Wörthersee, vor drei Jahren im Bad. Unternehmend? Nein, unanständig war ja ganz einfach. Aber schön. Apoll vom Belvedere. Ich habe es ja eigentlich nicht ganz verstanden damals. Nun ja, mit 16 Jahren. Meine himmlische Wiese. Meine. Wenn man sich die nach Wien mitnehmen könnte. Zarte Nebel. Herbst? Nun ja, 3. September. Hochgebirge. Nun, Fräulein Else, möchten Sie sich nicht doch entschließen, den Brief zu lesen? Er muss sich ja gar nicht auf den Papa beziehen. Könnte es nicht auch etwas mit meinem Bruder sein? Vielleicht hat er sich verlobt mit einer seiner Flammen. Mit einer Choristin oder einem Handschuhmädel. Ach nein, dazu ist er wohl doch zu gescheit. Eigentlich weiß ich ja nicht viel von ihm. Wie ich 16 war und er 21, da waren wir eine Zeit lang geradezu befreundet. Von einer gewissen Lotte hat er mir viel erzählt. Dann hat er plötzlich aufgehört. Diese Lotte muss ihm irgendetwas angetan haben. Und seitdem erzählt er mir nichts mehr. Nun ist er offen, der Brief. Und ich habe gar nicht bemerkt, dass ich ihn aufgemacht habe. Ich setze mich aufs Fensterbrett und lese ihn. Acht geben, dass ich nicht hinunterstürze. Wie uns aus San Martino gemeldet wird, hat sich dort im Hotel Fratazza ein beklagenswerter Unfall ereignet. Fräulein Else T., ein 19-jähriges Bild, schönes Mädchen, Tochter des bekannten Advokaten. Natürlich würde es heißen, ich hätte mich umgebracht aus unglücklicher Liebe. Oder weil ich in der Hoffnung war. Unglückliche Liebe, nein. Mein liebes Kind, ich will mir vor allem den Schluss anschauen. Also nochmals, sei uns nicht böse, mein liebes Kind, und sei tausendmal, um Gottes Willen, Sie werden sich doch nicht umgebracht haben. Nein, in dem Fall wäre ein Telegramm von Rudi da. Mein liebes Kind, du kannst mir glauben, wie leid es mir tut, dass ich dir in deine schönen Ferialwochen, als wenn ich nicht immer Ferien hätte, leider mit einer so unangenehmen Nachricht hineinplatze. Einen furchtbaren Stil, schreibt Mama. Aber nach reiflicher Überlegung bleibt mir wirklich nichts anderes übrig. Also, kurz und gut, die Sache mit Papa ist akut geworden. Ich weiß mir nicht zu raten, noch zu helfen. Wozu die vielen Worte? Es handelt sich um eine verhältnismäßig lächerliche Summe. 30.000 Gulden. Lächerlich? Die in drei Tagen herbeigeschafft sein müssen, sonst ist alles verloren. Um Gottes Willen, was heißt das? Denk dir, mein geliebtes Kind, dass der Baron Hönig, wie, der Staatsanwalt, sich heut früh den Papa hat kommen lassen. Du weißt ja, wie der Baron den Papa hochgeschätzt, ja geradezu liebt. Vor anderthalb Jahren damals, wie es auch an einem Haar gehangen hat, hat er persönlich mit den Hauptgläubigern gesprochen und die Sache noch im letzten Moment in Ordnung gebracht. Aber diesmal ist absolut nichts zu machen, wenn das Geld nicht beschafft wird. Und abgesehen davon, dass wir alle ruiniert sind, wird es ein Skandal, wie er noch nicht da war. Denk dir, ein Advokat, ein berühmter Advokat, der, nein, ich kann es gar nicht niederschreiben, ich kämpfe immer mit den Tränen. Du weißt ja, Kind, du bist ja klug. Wir waren ja, Gott sei's geklagt, schon ein paar Mal in einer ähnlichen Situation und die Familie hat immer herausgeholfen. Zuletzt hat es sich gar um 120.000 gehandelt, aber damals hat der Papa einen Revers unterschreiben müssen, dass er niemals wieder an die Verwandten, speziell an den Onkel Bernhard, herantreten wird. Na, weiter, weiter, wo will denn das hin? Was kann denn ich dabei tun? Der einzige, an den man eventuell noch denken könnte, wäre der Onkel Viktor. Der befindet sich aber unglücklicherweise auf einer Reise zum Nordkap oder nach Schottland. Ja, der hat's gut, der ekelhafte Kerl. Und ist absolut unerreichbar, wenigstens für den Moment. An die Kollegen, speziell Dr. Spunkt, der Papa schon öfter ausgeholfen hat. Herrgott, wie stehen wir da? Ist nicht mehr zu denken, seit er sich wieder verheiratet hat. Also was denn, was denn, was wollt ihr denn von mir? Und da ist nun ein Brief gekommen, mein liebes Kind, wo du unter anderem Dorste erwähnst, der sich auch im Fratazer aufhält, und das ist uns wie ein Schicksalswink erschienen. Du weißt ja, wie oft Dorste in früheren Jahren zu uns gekommen ist. Na, gar nicht so oft. Es ist der reine Zufall, dass er sich seit zwei, drei Jahren seltener blicken lässt. Er soll in ziemlich festen Banden sein, unter uns nichts sehr Feines. Warum unter uns? Im Residenzclub hat Papa jeden Donnerstag noch immer seine Wistpartie mit ihm und im verflossenen Winter hat er ihm im Prozess gegen einen anderen Kunsthändler ein hübsches Stück Geld gerettet. Im Übrigen, warum sollst du es nicht wissen? Er ist schon früher einmal dem Papa beigesprungen. Hab ich mir gedacht. Es hat sich damals um eine Bagadelle gehandelt, 8000 Gulden, aber schließlich 30 bedeuten für Dorste auch keinen Betrag. Darum hab ich mir gedacht, ob du uns nicht die Liebe erweisen und mit Dorste reden könntest. Was? Dich hat er ja immer besonders gern gehabt. Hab nichts davon gemerkt. Die Wange hat er mir gestreichelt, wie ich zwölf oder 13 Jahre alt war. Schon ein ganzes Fräulein. Und da Papa seit den 8000 glücklicherweise nicht mehr an ihn herangetreten ist, so wird er ihm diesen Liebesdienst nicht verweigern. Neulich soll er an einem Rubens, den er nach Amerika verkauft hat, allein 80.000 verdient haben. Das darfst du selbstverständlich nicht erwähnen. Hältst du mich für eine Gans, Mama? Aber im Übrigen kannst du ganz aufrichtig zu ihm reden. Auch, dass der Baron Hönig sich den Papa hat kommen lassen, kannst du erwähnen, wenn es sich so ergeben sollte. Und dass mit den 30.000 tatsächlich das Schlimmste abgewendet ist, nicht nur für den Moment, sondern, so Gott will, für immer. Glaubst du wirklich, Mama? Denn der Prozess Erbesheimer, der glänzend steht, trägt dem Papa sicher 100.000, aber selbstverständlich kann er gerade in diesem Stadium von den Erbesheimers nichts verlangen. Also, ich bitte dich, Kind, sprich mit, Durste. Ich versichere dich, es ist nichts dabei. Papa hätte ihm ja einfach telegrafieren können. Wir haben es ernstlich überlegt, aber es ist doch etwas ganz anderes, Kind, wenn man mit einem Menschen persönlich spricht. Am 6. um 12. muss das Geld da sein. Dr. F. Wer ist Dr. F.? Ach ja, Fiala. Ist unerbittlich. Natürlich ist da auch persönliche Rancün dabei. Aber da es sich unglücklicherweise um Mündelgelder handelt, um Gottes Willen, Papa, was hast du getan? Kann man nichts machen. Und wenn das Geld am 5. um 12 Uhr mittags nicht in Fialas Händen ist, wird der Haftbefehl erlassen. Vielmehr so lange hält der Baron Hönig ihn noch zurück. Also Durste müsste die Summe telegrafisch durch seine Bank an Dr. F. überweisen lassen. Dann sind wir gerettet. Im anderen Fall weiß Gott, was geschieht. Glaub mir, du vergibst dir nicht das Geringste, mein geliebtes Kind. Papa hatte ja anfangs Bedenken gehabt. Er hat sogar noch Versuche gemacht auf zwei verschiedenen Seiten, aber er ist ganz verzweifelt nach Hause gekommen. Kann Papa überhaupt verzweifelt sein? Vielleicht nicht einmal so sehr wegen des Geldes als darum, weil die Leute sich so schändlich gegen ihn benehmen. Der eine von ihnen war einmal Papas bester Freund. Du kannst dir denken, wen ich meine. Ich kann mir gar nichts denken. Papa hat so viele beste Freunde gehabt und in Wirklichkeit keinen. Warnsdorf vielleicht? Um ein Uhr ist Papa nach Hause gekommen und jetzt ist es vier Uhr früh. Jetzt schläft er endlich, Gott sei Dank. Wenn er lieber nicht aufwachte, das wäre das Beste für ihn. Ich gebe den Brief in aller Früh selbst auf die Post, Express. Da musst du ihn vormittag am dritten haben. Wie hat sich Mama das vorgestellt? Sie kennt sich doch in diesen Dingen nie aus. Also, sprich sofort mit Dorste, ich beschwöre dich und telegrafiere sofort, wie es ausgefallen ist. Vor Tante Emma lass dir um Gottes Willen nichts merken. Es ist ja traurig genug, dass man sich in einem solchen Fall an die eigene Schwester nicht wenden kann. Aber da könnte man ja ebenso gut zu einem Stein reden. Mein liebes, liebes Kind, mir tut es ja so leid, dass du in deinen jungen Jahren solche Dinge mitmachen musst. Aber glaub mir, der Papa ist zum geringsten Teil selber daran schuld. Wer denn, Mama? Nun, hoffen wir zu Gott, dass der Prozess Erbesheimer in jeder Hinsicht einen Abschnitt in unserer Existenz bedeutet. Nur über diese paar Wochen müssen wir hinaus sein. Es wäre doch ein wahrer Hohn, wenn wegen der 30.000 Gulden ein Unglück geschehe. Sie meint doch nicht im Ernst, dass Papa sich selber, aber wäre das andere nicht noch schlimmer? Nun schließe ich, mein Kind. Ich hoffe, du wirst unter allen Umständen Unter allen Umständen? Noch über die Feiertage wenigstens bis 9. oder 10. in San Martino bleiben können. Unsere wegen musst du keineswegs zurück. Grüße die Tante, sei nur weiter nett mit ihr. Also nochmals, sei uns nicht böse, mein liebes, gutes Kind. Und sei tausendmal, ja, das weiß ich schon. Also ich soll Herrn Dorste anpumpen. Irrsinnig. Wie stellt sich Mama das vor? Warum hat sich Papa nicht einfach auf die Bahn gesetzt und es hergefahren? Wäre gerade so geschwind gegangen wie der Expressbrief. Aber vielleicht hätten sie ihn auf dem Bahnhof wegen Fluchtverdacht. Furchtbar. Furchtbar. Auch mit den 30.000 wird uns ja nicht geholfen sein. Immer diese Geschichten. Seit sieben Jahren. Nein, länger. Wer möchte mir das ansehen? Niemand sieht mir was an. Auch den Papa nicht. Und doch wissen es alle Leute. Rätselhaft, dass wir uns immer noch halten. Wie man alles gewöhnt. Dabei leben wir eigentlich ganz gut. Mama ist wirklich eine Künstlerin. Das Souper am letzten Neujahrstag für 14 Personen. Unbegreiflich. Aber dafür meine zwei Paar Ballhandschuhe. Die waren eine Affäre. Und wie der Rudi neulich 300 Gulden gebracht hat, da hat die Mama beinahe geweint. Der Papa ist dabei immer gut aufgelegt. Immer? Nein. Oh nein. In der Oper neulich bei Figaro, sein Blick. Plötzlich ganz leer. Ich bin erschrocken. Da war er wie ein ganz anderer Mensch. Aber dann haben wir im Grand Hotel soupiert und er war so glänzend aufgelegt wie nur je. Und da halte ich den Brief in der Hand. Der Brief ist ja irrsinnig. Ich soll mit Dorste sprechen? Zu Tod würde ich mich schämen. Schämen? Ich mich? Warum? Ich bin ja nicht schuld. Wenn ich doch mit Tante Emma spreche. Unsinn. Sie hat wahrscheinlich gar nicht so viel Geld zur Verfügung. Der Onkel ist ja ein Geizkragen. Ach Gott, warum habe ich kein Geld? Warum habe ich mir noch nichts verdient? Warum habe ich nichts gelernt? Oh, ich habe was gelernt. Wer darf sagen, dass ich nichts gelernt habe? Ich spiele Klavier, ich kann Französisch, Englisch und auch ein bisschen Italienisch. Habe kunstgeschichtliche Vorlesungen besucht. Haha! Und wenn ich schon was Gescheiteres gelernt hätte, was hülfe es mir? 30.000 Gulden hätte ich mir keineswegs erspart. Aus ist es mit dem Alpenglühen. Der Abend ist nicht mehr wunderbar. Traurig ist die Gegend. Nein, nicht die Gegend, aber das Leben ist traurig. Und ich sitze da ruhig auf dem Fensterbrett. Und der Papa soll eingesperrt werden. Nein. Nie und nimmer. Es darf nicht sein. Ich werde ihn retten. Ja, Papa, ich werde dich retten. Es ist ja ganz einfach. Ein paar Worte, ganz nonchalant, das ist ja mein Fall. Hochgemut. Haha! Ich werde Herrn Dorste behandeln, als wenn es eine Ehre für ihn wäre, uns Geld zu leihen. Es ist ja auch eine. Herr von Dorste, haben Sie vielleicht einen Moment Zeit für mich? Ich bekomme da eben einen Brief von Mama. Sie ist in augenblicklicher Verlegenheit, vielmehr der Papa. Aber selbstverständlich, mein Fräulein, mit dem größten Vergnügen. Um wie viel handelt es sich denn? Wenn er mir nur nicht so unsympathisch wäre. Auch die Art, wie er mich ansieht. Nein, Herr Dorste, ich glaube Ihnen Ihre Eleganz nicht und nicht Ihr Monokel und nicht Ihre Noblesse. Sie könnten ebenso gut mit alten Kleidern handeln wie mit alten Bildern. Aber Else, Else, was fällt dir denn ein? Oh, ich kann mir das erlauben. Mir sieht's niemand an. Ich bin sogar blond, rötlich blond. Und Rudi sieht absolut aus wie ein Aristokrat. Bei der Mama merkt man es freilich gleich, wenigstens im Reden. Beim Papa wieder gar nicht. Übrigens sollen sie es merken. Ich verleugne es durchaus nicht und Rudi erst recht nicht. Im Gegenteil. Was tätet der Rudi, wenn der Papa eingesperrt würde? Würde er sich erschießen? Aber Unsinn. Erschießen und Kriminal, all die Sachen gibt's ja gar nicht. Die stehen nur in der Zeitung. Die Luft ist wie Champagner. In einer Stunde ist das Diner. Das Dinner. Ich kann die Sisi nicht leiden. Um ihr Mädel kümmert sie sich überhaupt nicht. Was zieh ich an? Das Blaue oder das Schwarze? Heute wär vielleicht das Schwarze richtiger. Zu dekultiert? Toilette de Circunstance, heißt es in den französischen Romanen. Jedenfalls muss ich berückend aussehen, wenn ich mit Dorste rede. Nach dem Dinner. Nonchalant. Seine Augen werden sich in meinen Ausschnitt bohen. Widerlicher Kerl. Ich hasse ihn. Alle Menschen hasse ich. Muss es gerade Dorste sein? Gibt es denn wirklich nur diesen Dorste auf der Welt, der 30.000 Gulden hat? Wenn ich mit Paul spreche? Wenn er der Tante sagte, er hat Spielschulden. Da würde sie sich das Geld sicher verschaffen können. Beinahe schon dunkel. Nacht. Grabesnacht. Am liebsten möchte ich tot sein. Es ist ja gar nicht wahr. Wenn ich jetzt gleich hinunter ginge, Dorste noch vor dem Dinner spreche? Ah, wie entsetzlich. Paul, wenn du mir die 30.000 verschaffst, kannst du von mir haben, was du willst. Das ist ja schon wieder aus einem Roman. Die edle Tochter verkauft sich für den geliebten Vater und hat am Ende noch ein Vergnügen davon. Pfui Teufel. Nein, Paul, auch für 30.000 kannst du von mir nichts haben. Niemand. Aber für eine Million? Für ein Palais? Für eine Perlenschnur? Wenn ich einmal heirate, werde ich es wahrscheinlich billiger tun. Ist es denn gar so schlimm? Die Fanny hat sich am Ende auch verkauft. Sie hat mir selber gesagt, dass sie sich vor ihrem Manne graust. Nun? Wie wär's, Papa, wenn ich mich heute Abend versteigerte, um dich vor dem Zuchthaus zu retten? Sensation. Ich habe Fieber, ganz gewiss. Oder bin ich schon unwohl. Nein, Fieber habe ich. Vielleicht von der Luft. Wie Champagner. Wenn Fred hier wäre, könnte er mir raten? Ich brauche keinen Rat. Es gibt ja auch nichts zu raten. Ich werde mit Herrn Dorste aus Eperie sprechen. Werde ihn anpumpen, ich, die Hochgemute, die Aristokratin, die Marchesa, die Bettlerin, die Tochter des Defrudanten. Wie komme ich dazu? Keine klettert so gut wie ich. Keine hat so viel Schneid. Sporting Girl. In England hätte ich auf die Welt kommen sollen oder als Gräfin. Da hängen die Kleider im Kasten. Ist das grüne Loden überhaupt schon bezahlt, Mama? Ich glaube, nur eine Anzahlung. Das Schwarze ziehe ich an. Sie haben mich gestern alle angestarrt. Auch der blasse kleine Herr mit dem goldenen Zwicker. Schön bin ich eigentlich nicht. Aber interessant. Zur Bühne hätte ich gehen sollen. Bertha hat schon drei Liebhaber. Keiner nimmt es ihr übel. In Düsseldorf war es der Direktor. Mit einem verheirateten Mann war sie in Hamburg und hat in Atlantic gewohnt. Apartment mit Badezimmer. Ich glaube gar, sie ist stolz darauf. Dumm sind sie alle. Ich werde hundert Geliebte haben, tausend, warum nicht? Der Ausschnitt ist nicht tief genug. Wenn ich verheiratet wäre, dürfte er tiefer sein. Gut, dass ich sie treffe, Herr von Dorste. Ich bekomme da eben einen Brief aus Wien. Den Brief stecke ich für alle Fälle zu mir. Soll ich dem Stubenmädchen läuten? Nein, ich mache mich allein fertig. Zu ich reich, würde ich nie ohne Kammerjung verreisen. Ich muss Licht machen. Kühl wird es. Fenster zu. Vorhang herunter? Überflüssig. Steht keiner auf dem Berg drüben mit einem Fernrohr? Schade. Ich bekomme da eben einen Brief her von Dorste. Nach dem Diner wäre es doch vielleicht besser. Man ist in leichterer Stimmung. Auch Dorste. Ich könnte ja ein Glas Wein vorher trinken, aber wenn die Sache vor dem Diner abgetan wäre, würde mir das Essen besser schmecken. Pudding à la merveille, fromage et fruits divers. Und wenn Herr von Dorste Nein sagt? Oder wenn er gar frech wird? Ach nein, mit mir ist noch keiner frech gewesen. Das heißt, der Marine Fähnrich Brandl, aber es war nicht böse gemeint. Ich bin wieder etwas schlanker geworden, das steht mir gut. Die Dämmerung starrt herein, wie ein Gespenst starrt sie herein, wie hundert Gespenster. Aus meiner Wiese herauf steigen die Gespenster. Wie weit ist Wien? Wie lange bin ich schon fort? Wie allein bin ich da? Ich habe keine Freundin, ich habe auch keinen Freund. Wo sind sie alle? Wen werde ich heiraten? Wer heiratet die Tochter eines Defrodanten? Eben erhalte ich einen Brief, Herr von Dorste. Aber es ist doch gar nicht der Rede wert, Fräulein Else. Gestern erst habe ich einen Rembrandt verkauft. Sie beschämen mich, Fräulein Else. Und jetzt reißt ihr ein Blatt aus seinem Scheckbuch und unterschreibt mit seiner goldenen Füllfeder. Und morgen früh fahre ich mit dem Scheck nach Wien. Jedenfalls auch ohne Scheck. Ich bleibe nicht mehr hier. Ich könnte ja gar nicht, ich dürfte ja gar nicht. Ich lebe hier als elegante junge Dame und Papa steht mit einem Fuß im Grab. Nein, im Kriminal. Das vorletzte Paar Seidenstrümpfe. Den kleinen Riss gerade unterm Knie merkt niemand. Niemand? Wer weiß. Nicht frivol sein, Else. Bertha ist einfach ein Luder. Aber ist die Christine um ein Haar besser? Ihr künftiger Mann kann sich freuen. Mama war gewiss immer eine treue Gattin. Ich werde nicht treu sein. Ich bin hoch gemut. Aber ich werde nicht treu sein. Die Philus sind mir gefährlich. Die Marcesa hat gewiss einen Philu zum Liebhaber. Wenn Fred mich wirklich kennte, dann wäre es aus mit seiner Verehrung. Aus ihnen hätte alles mögliche werden können, Fräulein. eine Pianistin, eine Buchhalterin, eine Schauspielerin. Es stecken so viele Möglichkeiten in ihnen. Aber es ist ihnen immer zu gut gegangen. Zu gut gegangen, haha. Fred überschätzt mich. Ich habe ja eigentlich zu nichts Talent. Wer weiß. So weit wie Bertha hätte ich es auch noch gebracht. Aber mir fehlt es an Energie. Junge Dame aus guter Familie. Ha, gute Familie. Mühe. Der Vater veruntreut Mündelgelder. Warum tust du mir das an, Papa? Wenn du noch etwas davon hättest. Aber an der Börse verspielt, ist das der Mühe wert? Und die 30.000 werden dir auch nichts helfen. Für ein Vierteljahr vielleicht. Endlich wird er doch durchgehen müssen. Vor anderthalb Jahren war es ja schon fast so weit. Da kam noch Hilfe. Aber einmal wird sie nicht kommen. Und was geschieht dann mit uns? Rudi wird nach Rotterdam gehen, zu Van der Hülst in die Bank. Aber ich? Reiche Partie. Ha, wenn ich es darauf anlegte. Ich bin heute wirklich schön. Das macht wahrscheinlich die Aufregung. Für wen bin ich schön? Wäre ich froher, wenn Fred hier wäre? Ach, Fred ist im Grunde nichts für mich. Kein Filou. Aber ich nehme ihn, wenn er Geld hätte. Und dann käme ein Filou, und das Malheur wäre fertig. Sie möchten wohl gern ein Filou sein, Herr von Dorste. Von Weitem sehen sie manchmal auch so aus. Wie ein Verlebter wie Kond, wie ein Don Juan, mit ihrem blöden Monokel und ihrem weißen Flanellanzug. Aber ein Filou sind sie noch lange nicht. Habe ich alles? Fertig zum Dinner? Was tue ich aber eine Stunde lang, wenn ich Dorste nicht treffe? Wenn er mit der unglücklichen Frau wie Nava spazieren geht? Eben erhalte ich einen Brief her von Dorste. Noch etwas Puder auf den Nacken und Hals, einen Tropfen der Wehen ins Taschentuch, Kasten zusperren, Fenster wieder auf. Ach, wie wunderbar. Zum Weinen, ich bin nervös. Hach, soll man nicht unter solchen Umständen nervös sein? Die Schachtel mit dem Veronal habe ich bei den Hemden. Auch neue Hemden brauchte ich. Das wird wieder eine Affäre sein, ach Gott. Unheimlich, riesig der Simon, als wenn er auf einmal herunterfallen wollte. Noch kein Stern am Himmel. Die Luft ist wie Champagner und der Duft von den Wiesen. Ich werde auf dem Land leben. Einen Grundbesitzer werde ich heiraten und Kinder werde ich haben. Doktor Frohrieb war vielleicht der Einzige, mit dem ich glücklich geworden wäre. Wie schön waren die beiden Abende hintereinander. Der Erste bei Knieb und dann der auf dem Künstlerball. Warum ist er plötzlich verschwunden? Wenigstens für mich. Wegen Papa vielleicht? Wahrscheinlich. Ich möchte einen Gruß in die Luft hinausrufen, ehe ich wieder hinuntersteige unter das Gesindel. Aber zu wem soll der Gruß gehen? Ich bin ja ganz allein. Ich bin ja so furchtbar allein, wie es sich niemand vorstellen kann. Sei gegrüßt, mein Geliebter. Wer? Sei gegrüßt, mein Bräutigam. Wer? Sei gegrüßt, mein Freund. Wer? Fred? Aber keine Spur. So, das Fenster bleibt offen, wenn's auch kühl wird. Licht abdrehen? So, ja, richtig, den Brief. Ich muss ihn zu mir nehmen, für alle Fälle. Das Buch aufs Nachtkastel, ich lese heut Nacht noch weiter, in Notre Chœur, unbedingt, was immer geschieht. Guten Abend, schönstes Fräulein im Spiegel. Behalten Sie mich in gutem Angedenken, auf Wiedersehen. Warum sperre ich die Tür zu? Hier wird nichts gestohlen. Ob Sissi in der Nacht ihre Türe offen lässt? Oder sperrt sie ihm erst auf, wenn er klopft? Ist es denn ganz sicher? Aber natürlich, dann liegen sie zusammen im Bett, unappetitlich. Ich werde kein gemeinsames Schlafzimmer haben mit meinem Mann und mit meinen tausend Geliebten. Leer ist das ganze Stiegenhaus, immer um diese Zeit. Meine Schritte hallen. Drei Wochen bin ich jetzt da. Am 12. August bin ich von Gmunden abgereist. Gmunden war langweilig. Woher hat der Papa das Geld gehabt, Mama und mich aufs Land zu schicken? Und Rudi war sogar vier Wochen auf Reisen. Weiß Gott wo. Nicht zweimal hat er mir geschrieben in der Zeit. Nie werde ich unsere Existenz verstehen. Schmuck hat die Mama freilich keinen mehr. Warum war Fred nur zwei Tage in Gmunden? Hat sicher auch eine Geliebte. Vorstellen kann ich es mir zwar nicht, aber ich kann mir überhaupt gar nichts vorstellen. Acht Tage sind es dass er mir nicht geschrieben hat. Er schreibt schöne Briefe. Wer sitzt denn dort an dem kleinen Tisch? Nein, Dorste ist es nicht. Gott sei Dank. Jetzt vor dem Diner wäre es doch unmöglich ihm etwas zu sagen. Warum schaut mich der Portier so merkwürdig an? Hat er am Ende den Express Brief von der Mama gelesen? Mir scheint, ich bin verrückt. Ich muss ihm nächstens wieder ein Trinkgeld geben. Die Blonde da ist auch schon zum Diner angezogen. Wie kann man so dick sein? Ich werde noch vors Hotel hinaus und ein bisschen auf und ab gehen. Oder ins Musikzimmer? Spielt da nicht wer? Eine Beethoven Sonate? Wie kann man hier eine Beethoven Sonate spielen? Ach, ich vernachlässige mein Klavierspiel. In Wien werde ich wieder regelmäßig üben. Überhaupt ein anderes Leben anfangen, das müssen wir alle. So darf es nicht weitergehen. Ich werde einmal ernsthaft mit Papa sprechen, wenn noch Zeit dazu sein scheint. Es wird. Es wird. Warum habe ich es noch nie getan? Alles in unserem Haus wird mit Scherzen erledigt und keinem ist scherzhaft zumut. Jeder hat eigentlich Angst vor dem anderen, jeder ist allein. Die Mama ist allein, weil sie nicht gescheit genug ist und von niemandem was weiß, nicht von mir, nicht von Rudi und nicht vom Papa. Aber sie spürt es nicht und Rudi spürt es auch nicht. Er ist ja ein netter eleganter Kerl, aber mit 21 hat er mehr versprochen. Es wird gut für ihn sein, wenn er nach Holland geht. Aber wo werde ich hingehen? Ich möchte fortreisen und tun können, was ich will. Wenn Papa nach Amerika durchgeht, begleite ich ihn. Ich bin schon ganz konfus. Der Portier wird mich für wahnsinnig halten, wie ich da auf der Lehne sitze meine Zigarette anzünden. Wo ist meine Zigarettendose? Oben? Wo nur? Das Veronal habe ich bei der Wäsche, aber wo habe ich die Dose? Da kommen ja Sissi und Paul. Ja, sie muss sich endlich umkleiden zum Dinner. Sonst hätten sie noch im Dunkeln weiter gespielt. Sie sehen mich nicht. Was sagt er ihr denn? Warum lacht sie so blitzdumm? Wäre lustig, ihrem Gatten einen anonymen Brief nach Wien zu schreiben? Wäre ich zu sowas im Stande? Nie. Wer weiß? Jetzt haben sie mich gesehen. Ich nicke ihnen zu. Sie ärgert sich, dass ich so hübsch aussehe. Wie verlegen sie ist. Wie Else? Sie sind schon fertig zum Diner? Warum sagt sie jetzt Diner und nicht Dinner? Nicht einmal konsequent ist sie. Wie sie sehen, Frau Sissi. Du siehst wirklich entzückend aus, Else. Ich hätte große Lust, dir den Hof zu machen. Er spar dir die Mühe, Paul. Gib mir lieber eine Zigarette. Aber mit Wonne. Dank schön. Wie ist das Single ausgefallen? Frau Sissi hat mich dreimal hintereinander geschlagen. Er war nämlich zerstreut, wissen sie, übrigens Else, dass morgen der Kronprinz von Griechenland hier ankommt? Was kümmert mich der Kronprinz von Griechenland? So wirklich? Oh Gott, Dorste mit Frau Winaba. Sie grüßen, sie gehen weiter. Ich habe zu höflich zurückgegrüßt. Ja, ganz anders als sonst. Oh, was bin ich für eine Person. Deine Zigarette brennt ja nicht, Else. Also, gib mir noch einmal Feuer. Danke. Ihr Schal ist sehr hübsch, Else. Zu dem schwarzen Kleid steht er innen fabelhaft. Übrigens muss ich mich jetzt auch umziehen. Sie soll lieber nicht weggehen. Ich habe Angst vor Dorste. Und für sieben habe ich mir die Friseurin bestellt. Sie ist famos. Im Winter ist sie in Mailand. Also, adieu, Else. Adieu, Paul. Küss die handgnädige Frau. Adieu, Frau Sissi. Fort ist sie. Gut, dass Paul wenigstens da bleibt. Darf ich mich einen Moment zu dir setzen, Else? Oder störe ich dich in deinen Träumen? Warum in meinen Träumen? Vielleicht in meinen Wirklichkeiten? Das heißt eigentlich gar nichts. Er soll lieber fortgehen. Ich muss ja doch mit Durste sprechen. Dort steht er noch immer mit der unglücklichen Frau wie Nava. Er langweilt sich, ich sehe es ihm an. Er möchte zu mir herüber kommen. Gibt es denn solche Wirklichkeiten, in denen du nicht gestört sein willst? Was sagt er da? Er soll zum Teufel gehen. Warum lächle ich ihn so kokett an? Ich meine ihn ja gar nicht. Durste schielt herüber. Wo bin ich? Wo bin ich? Was hast du denn heute, Else? Was soll ich denn haben? Du bist geheimnisvoll, dämonisch, verführerisch. Red keinen Unsinn, Paul. Man könnte geradezu toll werden, wenn man dich ansieht. Was fällt ihm denn ein? Wie redet er denn zu mir? Hübsch ist er. Aber ich kann ihn jetzt nicht brauchen. Merkt Durste, dass ich ihn erwarte? Ich sehe nicht hin, aber ich weiß, dass er her sieht. Leb wohl, Else. Gott sei Dank. Er küsst mir die Hand. Das tut er sonst nie. Adieu, Paul. Wo habe ich die schmelzende Stimme her? Er geht, der Schwindler. Wahrscheinlich muss er noch etwas abmachen mit Sissi wegen heute Nacht. Wünsche viel Vergnügen. Ich fühle den Blick von Durste auf meinem Nacken durch den Schal. Frau Winava geht jetzt hinauf in ihr Zimmer. Wieso weiß ich denn das? Telepathie. Soll ich wirklich vors Hotel? Gewiss, was denn? Jedenfalls zur Türe hin. Jetzt kommt einer nach dem anderen. Der Herr mit dem goldenen Zwicker. Der lange Blonde mit der grünen Weste. Alle sehen sie mich an. Hübsch ist diese kleine Genferin. Nein, aus Lausanne ist sie. Guten Abend, Fräulein Else. Um Gottes Willen, er ist es. Ich sage nichts vom Papa, kein Wort. Erst nach dem Essen. Oder ich reise morgen nach Wien. Ich gehe persönlich zu Dr. Fiala. Warum ist mir das nicht gleich eingefallen? Ich wende mich um mit einem Gesicht, als wüsste ich nicht, wer hinter mir steht. Ah, Herr von Dorste. Sie wollen noch einen Spaziergang machen, Fräulein Else? Ach, nicht gerade einen Spaziergang ein bisschen auf und ab gehen vor dem Diner. Es ist fast noch eine Stunde bis dahin. Wirklich? Es ist gar nicht zu kühl. Blau sind die Berge. Lustig wäre es, wenn er plötzlich um meine Hand anhielte. Es gibt doch auf der Welt keinen schöneren Fleck als diesen hier. Finden Sie, Herr von Dorste, aber bitte sagen Sie nicht, dass die Luft hier wie Champagner ist. Nein, Fräulein Else, das sage ich erst von 2000 Metern an. Und hier stehen wir kaum 1650 über dem Meeresspiegel. Macht das einen solchen Unterschied? Aber selbstverständlich. Wie langweilig er ist. Merkt er das nicht? Er weiß offenbar nicht recht, was er mit mir reden soll. Mit einer verheirateten Frau wäre es einfacher. Man sagt eine kleine Unanständigkeit und die Konversation geht weiter. Bleiben Sie noch längere Zeit hier in San Martino, Fräulein Else? Idiotisch. Warum schaue ich ihn so kokett an? Und schon lächelt er in der gewissen Weise. Nein, wie dumm die Männer sind. Das hängt zum Teil von den Dispositionen meiner Tante ab. Ist ja gar nicht wahr. Ich kann ja allein nach Wien fahren. Wahrscheinlich bis zum Zehnten. Die Mama ist wohl noch in Gmunden. Nein, Herr von Dorste, sie ist schon in Wien, schon seit drei Wochen. Papa ist auch in Wien. Er hat sich heuer kaum acht Tage Urlaub genommen. Ich glaube, der Prozess Erbesheimer macht ihm sehr viel Arbeit. Das kann ich mir denken, aber Ihr Papa ist wohl der Einzige, der Erbesheimer herausreißen kann. Es bedeutet ja schon einen Erfolg, dass es überhaupt eine Zivilsache geworden ist. Das ist gut, das ist gut. Es ist mir angenehm zu hören, dass auch Sie ein so günstiges Vorgefühl haben. Vorgefühl? Inwiefern? Ja, dass der Papa den Prozess für Erbesheimer gewinnen wird. Das will ich nicht einmal mit Bestimmtheit behauptet haben. Wie? Weicht er schon zurück? Das soll ihm nicht gelingen. Oh, ich halte etwas von Vorgefühlen und Ahnungen. Denken Sie, Herr von Dorste, gerade heute habe ich einen Brief von zu Hause bekommen. Das war nicht sehr geschickt. Er macht ein etwas verblüfftes Gesicht. Nur weiter, nicht schlucken. Er ist ein guter alter Freund von Papa. Vorwärts, vorwärts, jetzt oder nie. Herr von Dorste, Sie haben ebenso lieb von Papa gesprochen. Es wäre geradezu hässlich von mir, wenn ich nicht ganz aufrichtig zu Ihnen wäre. Was macht er denn für Kalbsaugen? Oh wie, er merkt was. Weiter, weiter. Nämlich in dem Dorste. Es ist nämlich ein Brief von Mama. So? Eigentlich ein sehr trauriger Brief. Sie kennen ja die Verhältnisse in unserem Haus, Herr von Dorste. Um Himmels Willen, ich habe ja Tränen in der Stimme. Vorwärts, vorwärts, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gott sei Dank. Kurz und gut, Herr von Dorste, wir wären wieder einmal soweit. Jetzt möchte ihr am liebsten verschwinden. Es handelt sich um eine Bagatell, wirklich nur um eine Bagatell, Herr von Dorste, und doch, wie Mama schreibt, steht alles auf dem Spiel. Ich rede so blöd daher wie eine Kuh. Aber beruhigen sie sich doch, Fräulein Else. Das hat er nett gesagt. Aber meinen Arm brauchte er darum nicht zu berühren. Also, was gibt's denn eigentlich, Fräulein Else? Was steht denn in dem traurigen Brief von Mama? Herr von Dorste, der Papa, mir zittern die Knie. Die Mama schreibt mir, der Papa, aber um Gottes Willen, Else, was ist ihnen denn? Wollen sie nicht lieber? Hier ist eine Bank. Danke, Herr von Dorste, oh, es ist nichts, kann nichts Besonderes. So, da sitze ich nun plötzlich auf der Bank. Wer ist die Dame, die da vorüber kommt? Kenn ich gar nicht. Wenn ich nur nicht weiter reden müsste, wie er mich ansieht. Wie konntest du das von mir verlangen, Papa? Das war nicht recht von dir, Papa. Nun ist es einmal geschehen. Ich hätte bis nach dem Diner warten sollen. Nun, Fräulein Else? Sein Monokel baumelt. Dumm sieht das aus. Soll ich ihm antworten? Ich muss, ja. Also geschwind, damit ich es hinter mir habe. Was kann mir denn passieren? Er ist ein Freund von Papa. Ach Gott, Herr von Dorsey, Sie sind ja ein alter Freund unseres Hauses. Das habe ich sehr gut gesagt. Und es wird Sie wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich Ihnen erzähle, dass Papa sich wieder einmal in einer recht fatalen Situation befindet. Wie merkwürdig meine Stimme klingt. Bin das ich, die da redet? Träume ich vielleicht? Ich habe gewiss jetzt auch ein ganz anderes Gesicht als sonst. Es wundert mich allerdings nicht übermäßig. Da haben Sie schon recht, liebes Fräulein Else, wenn ich es auch lebhaft bedauere. Warum sehe ich denn so flehend zu ihm auf? Lächeln, lächeln, geht schon. Ich empfinde für ihren Papa eine so aufrichtige Freundschaft für sie alle. Er soll mich nicht so ansehen, es ist unanständig. Ich will anders zu ihm reden und nicht lächeln. Ich muss mich würdiger benehmen. Nun, Herr von Dorste, jetzt hätten Sie Gelegenheit, Ihre Freundschaft für meinen Vater zu beweisen. Gott sei Dank, ich habe meine alte Stimme wieder. Es scheint nämlich, Herr von Dorste, dass alle unsere Verwandten und Bekannten, die Mehrzahl ist noch nicht in Wien, sonst wäre Mama wohl nicht auf die Idee gekommen. Neulich habe ich nämlich zufällig Anwesenheit hier in Martino Erwähnung getan, unter anderem natürlich. Ich vermutete gleich, Fräulein Else, dass ich nicht das einzige Thema ihrer Korrespondenz mit Mama vorstelle. Warum drückt er seine Knie an meine, während er da vor mir steht? Ach, ich lasse es mir gefallen, was tut's, wenn man einmal so tief gesunken ist. Die Sache verhält sich nämlich so. Dr. Fiala ist es, der diesmal dem Papa besondere Schwierigkeiten zu bereiten scheint. Ach, Dr. Fiala. Er weiß offenbar auch, was er von diesem Fiala zu halten hat. Ja, Dr. Fiala. Und die Summe, um die es sich handelt, soll am fünften, das ist übermorgen um zwölf Uhr mittags. Vielmehr, sie muss in seinen Händen sein, wenn nicht der Baron Hönig. Ja, denken Sie, der Baron hat Papa zu sich bitten lassen, privat. Er liebt ihn nämlich sehr. Warum rede ich denn von Hönig? Das wäre ja gar nicht notwendig gewesen. Sie wollen sagen, Else, dass andernfalls eine Verhaftung unausbleiblich wäre? Warum sagt er das so hart? Ich antworte nicht, ich nicke nur. Ja. Nun habe ich doch ja gesagt. Hm, das ist ja schlimm, das ist ja wirklich sehr dieser hochbegabte geniale Mensch. Und um welchen Betrag handelt es sich denn eigentlich, Fräulein Else? Warum lächelt er denn? Er findet es schlimm und er lächelt. Was meint er mit seinem Lächeln? Dass es gleichgültig ist, wie viel? Und wenn er Nein sagt? Ich bringe mich um, wenn er Nein sagt. Also, ich soll die Summe nennen. Wie, Herr von Durste, ich habe noch nicht gesagt, wie viel? Eine Million. Warum sag ich das? Es ist doch jetzt nicht der Moment zum spaßen. Aber wenn ich ihm dann sage, um wie viel weniger es in Wirklichkeit ist, wird er sich freuen. Wie er die Augen aufreißt? Hält er es am Ende wirklich für möglich, dass ihn der Papa um eine Million? Entschuldigen Sie, Herr von Durste, dass ich in diesem Augenblick scherze. Es ist mir wahrhaftig nicht scherzhaft zumute. Ja, ja, drück die Knie nur an, du darfst es dir ja erlauben. Es handelt sich natürlich nicht um eine Million, es handelt sich im ganzen um 30.000 Gulden müssen. Ja, Mama schreibt mir, dass Papa alle möglichen Versuche gemacht hat, aber wie gesagt, die Verwandten, die in Betracht kämen, befinden sich nicht in Wien. Oh Gott, wie ich mich erniedrige. Sonst wäre es dem Papa natürlich nicht eingefallen, sich an sie zu wenden, Herr von Durste, respektive mich Soll ich mich auf die Knie vor ihm werfen? Oh Gott, oh Gott. Am fünften sagten sie Fräulein Else, Gott sei Dank er spricht. Ja, übermorgen, Herr von Durste, um zwölf Uhr mittags. Es wäre also nötig, ich glaube, brieflich ließe sich das kaum mehr erledigen. Natürlich nicht, Fräulein Else, das müssten wir wohl auf telegrafischem Wege. Wir, das ist gut, das ist sehr gut. Nun, das wäre das wenigste. Wie viel sagten sie Else? Aber er hat es ja gehört, warum quält er mich denn? Dreißig Tausend Herr von Durste, eigentlich eine lächerliche Summe. Warum habe ich das gesagt, wie dumm? Aber er lächelt, dummes Mädel, denkt er. Er lächelt ganz liebenswürdig, Papa ist gerettet. Er hätte ihm auch fünfzig Tausend geliehen und wir hätten uns allerlei anschaffen können. Ich hätte mir neue Hemden gekauft, wie gemein ich bin. So wird man. Nicht ganz so lächerlich, liebes Kind. Warum sagt er liebes Kind? Ist das gut oder schlecht? Wie sie sich das vorstellen, auch dreißig Tausend Gulden wollen verdient sein. Entschuldigen Sie Herr von Durste, nicht so habe ich solchen Bagatell. Ach Gott, ich verhasple mich schon wieder. Sie können sich gar nicht denken, Herr von Durste, wenn Sie auch einen gewissen Einblick in unsere Verhältnisse haben, wie furchtbar es für mich und besonders für Mama ist. Er stellt den einen Fuß auf die Bank. Soll das elegant sein oder was? Oh, ich kann mir schon denken, liebe Else, wie seine Stimme klingt, ganz schade, schade um diesen genialen Menschen. Nun steht er wenigstens wieder anständig da, nicht mehr mit dem Fuß auf der Bank. Die Krawatte ist zu grell für einen älteren Herrn. Sucht ihm die seine Geliebte aus? Nichts besonders Feines unter uns, schreibt Mama. 30.000 Gulden. Aber ich lächle ihn an. Warum lächle ich denn? Oh, ich bin feig. Und wenn man wenigstens annehmen dürfte, mein liebes Fräulein Else, dass mit dieser Summe wirklich etwas getan wäre, aber Sie sind doch ein so kluges Geschöpf, Else. Was wären diese 30.000 Gulden? Ein Tropfen auf einen heißen Stein. Um Gottes Willen, er will das Geld nicht hergeben? Ich darf kein so erschrockenes Gesicht machen, alles steht auf dem Spiel. Jetzt muss ich etwas Vernünftiges sagen und energisch. Oh nein, Herr von Dorste, diesmal wäre es kein Tropfen auf einen heißen Stein. Der Prozess Erbesheimer steht bevor. Vergessen Sie das nicht, Herr von Dorste, und der ist schon heute so gut wie gewonnen. Sie hatten ja selbst diese Empfindung, Herr von Dorste, und Papa hat ja auch noch andere Prozesse, und außerdem habe ich die einen gewissen Einfluss auf ihn zu nehmen im Stande ist, so bin ich es noch am ehesten ich. Sie sind ja ein rührendes, entzückendes Geschöpf, Fräulein Else. Ein entzückendes Geschöpf, in der Tat. Aber so gerne ich ihren Optimismus teilen möchte, wenn der Karren einmal so verfahren ist. Ich weiß nicht, was ich weiter sagen soll. Ich kann ihn doch nicht geradezu anbetteln. Er überlegt offenbar. Vielleicht weiß er die Adresse von Fiala nicht? Unsinn. Die Situation ist unmöglich. Ich sitze da wie eine arme Sünderin. Er steht vor mir und bohrt mir das Monokel in die Stirn und schweigt. Ich werde jetzt aufstehen. Das ist das Beste. Ich lasse mich nicht zu behandeln. Papa soll sich umbringen. Ich werde mich auch umbringen. Eine Schande dieses Leben. Am besten wäre es, sich dort von dem Felsen hinunter zu stürzen und aus wäre es. Geschehe euch recht allen. Ich stehe auf. Fräulein Else Entschuldigen Sie, Herr von Dorste, dass ich Sie unter diesen Umständen überhaupt bemüht habe. Ich kann Ihr ablehnendes Verhalten natürlich vollkommen verstehen. So, aus, ich bleiben Sie, sagt er. Warum soll ich bleiben? Er gibt das Geld hier, ja, ganz bestimmt, er muss ja, aber ich setze mich nicht noch einmal nieder. Ich bleibe stehen, als wäre es nur für eine halbe Sekunde. Ich bin ein bisschen größer als er. Sie haben meine Antwort noch nicht abgewartet, Else. Ich war ja schon einmal, verzeihen Sie, Else, dass ich das in diesem Zusammenhang erwähne, in der Lage, dem Papa aus einer Verlegenheit zu helfen, allerdings mit einer noch lächerlicheren Summe als diesmal, und schmeichelte mir keineswegs mit der Hoffnung, diesen Betrag jemals wieder sehen zu dürfen. Und so wäre eigentlich kein Grund vorhanden, meine Hilfe diesmal zu verweigern. Und gar, wenn ein junges Mädchen wie Sie, Else, wenn Sie Er soll acht geben. Also, Else, ich bin bereit. Dr. Fiala soll übermorgen um zwölf Uhr mittags die dreißig tausend Gulden haben, unter einer Bedingung. Er soll nicht weiterreden, er soll nicht. Herr von Dorste, ich persönlich übernehme ich die Garantie, dass mein Vater diese Summe zurückerstatten wird, sobald er das Honorar von Erbesheimer erhalten hat. Erbesheimers haben es bisher überhaupt noch nichts gezahlt, noch nicht einmal einen Vorschuss. Mama selbst schreibt mir, lassen Sie doch Else. Man soll niemals eine Garantie für einen anderen Menschen übernehmen, nicht einmal für sich selbst. Was will er? Nie hat mich ein Mensch so angeschaut? Ich ahne, wo er hinaus will, wehe ihm. Hätte ich es vor einer Stunde für möglich gehalten, dass ich in einem solchen Falle überhaupt mir jemals einfallen lassen würde, eine Bedingung zu stellen? Und nun tue ich es doch. Ja, Else, man ist eben nur ein Mann, und es ist nicht meine Schuld, dass Sie so schön sind, Else. was was will er was will er vielleicht hätte ich heute oder morgen das gleiche von ihnen erbeten, was ich jetzt erbitten will, auch wenn sie nicht eine Million, pardon, 30.000 Gulden von mir gewünscht hätten, aber freilich, unter anderen Umständen hätten sie mir wohl kaum Gelegenheit vergönnt, so lange Zeit unter vier Augen mit ihnen zu reden. Oh, ich habe sie wirklich allzu lange in Anspruch genommen, Herr von Dorste, das habe ich gut gesagt, Fred wäre zufrieden. Was ist das? Er fasst nach meiner Hand? Was fällt ihm denn ein? Wissen sie es denn nicht schon lange, Else? Er soll meine Hand loslassen? Nun, Gott sei Dank, er lässt sie los. Nicht so nah, nicht so nah. Sie müssten keine Frau sein, Else, wenn sie es nicht gemerkt hätten. Je vous désire. Er hätte es auch deutsch sagen können, der Herr Wiekont. Muss ich noch mehr sagen? Sie haben schon zu viel gesagt, Herr Dorste, und ich stehe noch da. Warum denn? Ich gehe, ich gehe ohne Gruß. Else, Else, nun ist er wieder neben mir. Verzeihen Sie mir, Else, auch ich habe nur einen Scherz gemacht, gerade so, wie Sie vorher mit der Million. Auch meine Forderung stelle ich nicht so hoch, als Sie gefürchtet haben, wie ich leider sagen muss, so dass die Geringere sie vielleicht angenehm überraschen wird. Bitte, bleiben Sie doch stehen, Else. Ich bleibe wirklich stehen. Warum denn? Da stehen wir uns gegenüber. Hätte ich ihm nicht einfach ins Gesicht schlagen sollen? Wäre nicht noch jetzt Zeit dazu? Die zwei Engländer kommen vorbei. Jetzt wäre der Moment gerade darum. Warum tue ich es denn nicht? Ich bin feig, ich bin zerbrochen, ich bin erniedrigt. Wenn Sie wirklich einmal eine Million brauchen sollten, Else, ich bin zwar kein reicher Mann, dann wollen wir sehen, aber für diesmal will ich genügsam sein, wie Sie. Und für diesmal will ich nichts anderes, Else, als Sie sehen. Ist er verrückt? Er sieht mich doch. Ah, so meint er das. So, warum schlage ich ihm nicht ins Gesicht dem Schuft? Bin ich rot geworden oder blass? Nackt willst du mich sehen? Was möchte mancher? Ich bin schön, wenn ich nackt bin. Warum schlage ich ihm nicht ins Gesicht? Riesengroß ist sein Gesicht. Warum so nah du Schuft? Ich will deinen Atem nicht auf meinen Wangen? Warum lasse ich ihn nicht einfach stehen? Band mich sein Blick? Wir schauen uns ins Auge wie Todfeinde. Ich möchte ihm Schuft sagen, aber ich kann nicht. Oder will ich nicht? Sie sehen mich an, Else, als wenn ich verrückt wäre. Ich bin es vielleicht ein wenig, denn es geht ein Zauber von ihnen aus, Else, den sie selbst wohl nicht ahnen. Sie müssen fühlen, Else, dass meine Bitte keine Beleidigung bedeutet. Ja, bitte, sage ich, wenn sie auch einer Erpressung zum Verzweifeln ähnlich sieht. Aber ich bin kein Erpresser. Ich bin nur ein Mensch, der mancherlei Erfahrungen gemacht hat, unter anderem die, dass alles auf der Welt seinen Preis hat und dass einer, der sein Geld verschenkt, wenn er in der Lage ist, einen Gegenwert dafür zu bekommen, ein ausgemachter Narr ist. Und was ich mir diesmal kaufen will, Else, so viel es auch ist, sie werden nicht ärmer dadurch, dass sie es verkaufen. Und dass es ein Geheimnis bleiben würde zwischen ihnen und mir, das schwöre ich ihnen, Else, bei all den Reizen, durch deren Enthüllung sie mich beglücken würden. Wo hat er so reden gelernt? Es klingt wie aus einem Buch. Nichts anderes verlange ich von ihnen, als eine Viertelstunde dastehen zu dürfen, in Andacht vor ihrer Schönheit. Mein Zimmer liegt im gleichen Stockwerk wie das ihre, Else, Nummer 65, leicht zu merken. Der schwedische Tennisspieler, von dem sie heute sprachen, war doch gerade 65 Jahre alt. Er ist verrückt, warum lasse ich ihn weiterreden? Ich bin gelähmt. Aber wenn es ihnen aus irgendeinem Grund nicht passt, mich auf Zimmer Nummer 65 zu besuchen, Else, so schlage ich ihnen einen kleinen Spaziergang nach dem Diner vor. Es gibt eine Lichtung im Walde. Ich habe sie neulich ganz zufällig entdeckt, kaum fünf Minuten weit von unserem Hotel. Es wird eine wundervolle Sommernacht heute, beinahe warm, und das Sternenlicht wird sie herrlich kleiden. Wie zu einer Sklavin spricht er. Ich spucke ihm ins Gesicht. Sie sollen mir nicht gleich antworten, Else. Überlegen sie. Nach dem Diner werden sie mir gütigst ihre Entscheidung kundtun. Überlegen sie in aller Ruhe. Sie werden vielleicht spüren, dass es nicht einfach ein Handel ist, den ich ihnen vorschlage. Was denn, du klingender Schuft? Sie werden möglicherweise ahnen, dass ein Mann zu ihnen spricht, der ziemlich einsam und nicht besonders glücklich ist und der vielleicht einige Nachsicht verdient. Affektierter Schuft spricht wie ein schlechter Schauspieler. Seine gepflegten Finger sehen aus wie Krallen. Nein, nein, ich will nicht. Warum sag ich es denn nicht? Bring dich um, Papa. Was will er denn mit meiner Hand? Ganz schlaff ist mein Arm. Er führt meine Hand an seine Lippen. Heiße Lippen, pfui. Meine Hand ist kalt. Die Bogenlampen vor dem Hotel brennen schon. Zwei Fenster stehen offen im dritten Stock. Das, wo sich der Vorhang bewegt, ist meines. Oben auf dem Schrank glänzt etwas. Nichts liegt oben. Es ist nur der Messing Beschlag. Also, auf Wiedersehen, Else. Ich antworte nichts. Regungslos stehe ich da. Er sieht mir ins Auge. Mein Gesicht ist undurchdringlich. Er weiß gar nichts. Er weiß nicht, ob ich kommen werde oder nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass alles aus ist. Ich bin halbtot. Da geht er, ein wenig gebückt, schuft. Paul soll ihn fordern und ihn totschießen. oder Rudi. Was glaubt er denn eigentlich? Unverschämter Kerl nie und nimmer. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, Papa. Du musst dich umbringen. 30.000 Gulden? Nein, nein, nein. Gibt es keine 30.000 Gulden auf der Welt? Ich fahre zu Fiala. Ich komme noch zurecht. Gnade, Gnade, Herr Dr. Fiala. Mit Vergnügen, mein Fräulein. Bemühen Sie sich in mein Schlafzimmer. Tu mir doch den Gefallen, Paul. Verlange 30.000 Gulden von deinem Vater. Sage, du hast Spielschulden. Du musst dich sonst erschießen. Gern, liebe Cousine. Es ist noch Zeit bis zum Dini. Ein bisschen spazieren gehen und die Sache in Ruhe überlegen. Ich bin ein einsamer alter Mann, haha. Also, überlegen, überlegen. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel, das Leben von Papa. Aber nein, er bringt sich nicht um. Er wird sich lieber einsperren lassen. Drei Jahre schwerer Kerker oder fünf. In dieser ewigen Angst lebt er schon fünf oder zehn Jahre. Mündelgelder. Und Mama gerade so. Und ich doch auch. Vor wem werde ich mich das nächste Mal nackt ausziehen müssen? Oder bleiben wir der Einfachheit wegen bei Herrn Dorste? Seine jetzige Geliebte ist ja nichts Feines unter uns gesagt. Ich wäre ihm gewiss lieber. Es ist gar nicht so ausgemacht, ob ich viel feiner tun sie nicht vornehmen, Fräulein Else. Ich könnte Geschichten von ihnen erzählen. Einen gewissen Traum zum Beispiel, den sie schon dreimal gehabt haben. Von dem haben sie nicht einmal ihrer Freundin Bertha erzählt. Und die verträgt doch was. Und wie war denn das heuer in Gmunden in der früh um sechs auf dem Balkon, mein vornehmes Fräulein Else? Haben sie die zwei jungen Leute dem Kahn vielleicht gar nicht bemerkt, die sie angestarrt haben? Mein Gesicht haben sie vom See aus freilich nicht genau ausnehmen können, aber dass ich im Hemd war, das haben sie schon bemerkt, und ich habe mich gefreut, mehr als gefreut, ich war wie berauscht. Mit beiden Händen habe ich mich über die Hüften gestrichen und vor mir selber habe ich getan, als wüsste ich nicht, dass man mich sieht. Und der Kahn hat sich nicht vom Fleck bewegt. Ja, so bin ich, so bin ich, ein Luder, ja, sie spüren es ja alle, auch Paul spürt es, natürlich, er ist ja Frauenarzt. Der Marine Fähnrich hat es ja auch gespürt und der Maler auch. Nur Fred, der dumme Kerl, spürt es nicht, darum liebt er mich ja. Aber gerade vor ihm möchte ich nicht nackt sein, nie und nimmer. Ich hätte gar keine Freude davon, ich möchte mich schämen. Aber vor dem Philou mit dem Römerkopf, wie gern, am allerliebsten vor dem. Und wenn ich gleich nachher sterben müsste, aber es ist ja nicht notwendig, gleich nachher zu sterben, man überlebt es. Die Bertha hat mehr überlebt. Sissi liegt sicher auch nackt da, wenn Paul zu ihr schleicht durch die Hotelgänge, wie ich heute Nacht zu Herrn von Dorste schleichen werde. Nein, nein, ich will nicht. Zu jedem anderen, aber nicht zu ihm. Zu Paul meinetwegen, oder ich suche mir einen aus heute Abend beim Diner. Es ist ja alles egal. Aber ich kann doch nicht jedem sagen, dass ich 30.000 Gulden dafür haben will. Da wäre ich ja wie ein Frauenzimmer von der Kärntner Straße. Nein, ich verkaufe mich nicht, niemals. Nie werde ich mich verkaufen. Ich schenke mich her. Ja, wenn ich einmal den Rechten finde, schenke ich mich her. Aber ich verkaufe mich nicht. Ein Luder will ich sein, aber nicht eine Dirne. Sie haben sich verrechnet, Herr von Dorste. Und der Papa auch. Ja, verrechnet hat er sich. Er muss es ja vorhergesehen haben. Er kennt ja die Menschen. Er kennt doch den Herrn von Dorste. Er hat sich doch denken können, dass der Herr Dorste nicht für nichts und wieder nichts. Sonst hätte er doch telegrafieren oder selber herreisen können. Aber so war es bequemer und sicherer, nicht wahr, Papa? wenn man so eine hübsche Tochter hat, wozu braucht man ins Zuchthaus zu spazieren? Und die Mama, dumm wie sie ist, setzt sich hin und schreibt den Brief. Der Papa hat sich nicht getraut. Da hätte ich es ja auch gleich merken müssen. Aber es soll euch nicht glücken, nein, du hast zu sicher auf meine kindliche Zärtlichkeit spekuliert, Papa, zu sicher darauf gerechnet, dass ich lieber jede Gemeinheit erdulden würde, als dich die Folgen deines verbrecherischen Leichtsins tragen zu lassen. Ein Genie bist du ja. Herr von Dorste sagt es, alle Leute sagen es. Aber was hilft mir das? Fiala ist eine Null. Aber er unterschlägt keine Mündelgelder. Sogar Waldheim ist nicht in einem Atem mit dir zu nennen. Wer hat das nur gesagt? Der Doktor Frohrieb. Ein Genies, Papa. Und ich habe ihn erst einmal reden gehört. Im vorigen Jahr im Schwurgerichtssaal. Zum ersten und letzten Mal herrlich. Die Tränen sind mir über die Wangen gelaufen. Und der elende Kerl, den er verteidigt hat, ist freigesprochen worden. Er war vielleicht gar kein so elender Kerl. Er hat jedenfalls nur gestohlen. Keine Mündelgelder veruntreut, um Baccarat zu spielen und auf der Börse zu spekulieren. Und jetzt wird der Papa selber vor den Geschworenen stehen. In allen Zeitungen wird man es lesen. Zweiter Verhandlungstag, dritter Verhandlungstag. Der Verteidiger erhob sich zu einer Replik. Wer wird denn sein Verteidiger sein? Kein Genie. Nichts wird ihm helfen? Einstimmig schuldig. Verurteilt auf fünf Jahre. Stein, Sträflingskleid, geschorene Haare. Einmal im Monat darf man ihn besuchen. Ich fahre mit Mama hinaus, dritter Klasse. Wir haben ja kein Geld. Keiner leid uns was. Die Kinder des Sträflings. Roman von Temme in drei Bänden. Der Papa empfängt uns im gestreiften Sträflingsanzug. Er schaut nicht bös drein, nur traurig. Er kann ja gar nicht bös dreinschauen. Else, wenn du mir damals das Geld verschafft hättest, das wird er sich denken, aber er wird nichts sagen. Sein Verhängnis ist die Spielleidenschaft. Er kann ja nichts dafür, es ist eine Art von Wahnsinn. Vielleicht spricht man ihn frei, weil er wahnsinnig ist. Auch den Brief hat er vorher nicht überlegt. Es ist ihm vielleicht gar nicht eingefallen, dass Dorste die Gelegenheit benutzen könnte und so eine Gemeinheit von mir verlangen wird. Er ist ein guter Freund unseres Hauses. Er hat dem Papa schon einmal 8000 Gulden geliehen. Wie soll man so was von einem Menschen denken? Zuerst hat der Papa sicher alles andere versucht. Das muss er durchgemacht haben, ehe er die Mama veranlasst hat, diesen Brief zu schreiben. Von einem zum anderen ist er gelaufen, von Warnsdorf zu Burin, von Burin zu Wertheimstein und weiß Gott noch zu wem. Bei Onkel Karl war er gewiss auch. Und alle haben sie ihn im Stich gelassen, alle die sogenannten Freunde. Und nun ist Dorste seine Hoffnung, seine letzte Hoffnung. Und wenn das Geld nicht kommt, so bringt er sich um. Natürlich bringt er sich um, er wird sich doch nicht einsperren lassen. Untersuchungshaft, Verhandlung, Spurgericht, Kerker, Sträflingsgewand, nein, nein. Wenn der Haftbefehl kommt, erschießt er er sich oder hängt sich auf. Am Fensterkreuz wird er hängen, man wird herüberschicken vom Haus vis-à-vis, der Schlosser wird aufsperren müssen und ich bin schuld gewesen. Und jetzt sitzt er zusammen mit Mama in denselben Zimmer, wo er übermorgen hängen wird und raucht eine Havanna-Zigarre. Woher hat er immer noch Havanna-Zigarren? Ich höre ihn sprechen, wie er die Mama beruhigt. Verlass dich drauf, Dorste weist das Geld an. Bedenke doch, ich habe ihm heuer im Winter eine große Summe durch meine Intervention gerettet. Was ist denn mit mir, beinahe ganz dunkel? Wie schön und ruhig, weit und breit kein Mensch. Nun sitzen sie alle schon beim Diner. Wo ist die Else? wird sich Paul denken. Es wird allen auffallen, wenn ich zur Vorspeise noch nicht da bin. Sie werden zu mir herauf schicken. Was ist das mit Else? Sie ist doch sonst so pünktlich. Auch die zwei Herren am Fenster werden denken, wo ist denn heute das schöne junge Mädel mit dem ist sicher feig. Beruhigen Sie sich Herr von Dorste, es wird Ihnen nichts geschehen. Ich verachte Sie ja so sehr. Wenn ich wollte, morgen Abend wären Sie ein toter Mann. Ich bin überzeugt, Paul würde ihn fordern, wenn ich es werden schon mehr und so still der Wald hinter mir, schön hier auf der Bank am Waldesrand zu sitzen. So fern, so fern das Hotel und so märchenhaft leuchtet es hier. Und was für Schufte sitzen drin, ach nein, Menschen, arme Menschen, sie tun mir alle so leid. Auch die Marchesa tut mir leidig, weiß nicht warum und die Frau Vinava und die Bonn von Sissis kleinem Mädel. Sie sitzt nicht an der Täbel dort. Sie hat schon früher mit Fritzi gegessen. Was ist das nur mit Else? fragt Sissi. Wie? Auf ihrem Zimmer ist sie auch nicht? Alle haben sie Angst um mich, ganz gewiss, nur ich habe keine Angst. Ja, da bin ich in Martino di Castrozza, sitze auf einer Bank am Waldesrand und die Luft ist wie Champagner und mir scheint gar ich weine. Ja, warum weine ich denn? Es ist doch kein Grund zu weinen. Das sind die Nerven, ich muss mich beherrschen. Ich darf mich nicht so gehen lassen. Aber das Weinen ist gar nicht unangenehm. Wie schön wäre das tot zu sein. Aufgebahrt liege ich im Salon. Die Kerzen brennen, lange Kerzen, zwölf lange Kerzen. Unten steht schon der Leichenwagen. Vor dem Haustor stehen Leute. Wie alt war sie denn? Erst neunzehn. Wirklich erst neunzehn? Denken sie sich, ihr Papa ist im Zuchthaus. Warum hat sie sich denn umgebracht? Aus unglücklicher Liebe zu einem Philou. Aber was fällt ihnen denn ein? Sie hätte ein Kind kriegen sollen. Nein, sie ist vom Simon herunter gestürzt. Es ist ein Unglücksfall. Guten Tag, Herr Dorste. Sie erweisen der kleinen Else auch die letzte Ehre? Kleine Else, sagt das alte Weib. Warum denn? Natürlich, ich muss ihr die letzte Ehre erweisen. Ich habe ihr auch die erste Schande erwiesen. Oh, es war der Mühe wert, Frau Vinava. Ich habe noch nie einen so schönen Körper gesehen. Es hat mich nur dreißig Millionen gekostet. Ein Rubens kostet dreimal so viel. Warum hat er denn ein rotes Monokel, der Herr von Dorste? Wem winkt er denn mit dem Taschentuch? Die Mama kommt die Treppe herunter und küsst ihm die Hand. Pfui! Pfui! Jetzt flüstern sie miteinander. Ich kann nichts verstehen, weil ich aufgebahrt bin. Der Feilchenkranz um meine Stirn ist von Paul. Die Schleifen fallen bis auf den Boden. Kein Mensch traut sich ins Zimmer. Ich stehe lieber auf und schaue zum Fenster hinaus. Was für ein großer blauer See. Hundert Schiffe mit gelben Segeln. Die Wellen glitzern. So viel Sonne. Regatta. Die Herren haben alle Ruderleibchen. Die Damen sind im Schwimmkostüm. Das ist unanständig. Sie bilden sich ein. bin nackt. Wie dumm sie sind. Ich habe ja schwarze Trauerkleider an, weil ich tot bin. Ich werde es euch beweisen. Ich lege mich gleich wieder auf die Bahre hin. Wo ist sie denn? Fort ist sie. Man hat sie davongetragen. Man hat sie unterschlagen. Darum ist der Papa im Zuchthaus. Und sie haben ihn doch freigesprochen auf drei Jahre. Die Geschworenen sind alle bestochen von Fiala. Ich werde jetzt zu Fuß auf den Friedhof gehen. Da erspart die Mama das Begräbnis. Wir müssen uns einschränken. Ich gehe so schnell, dass mir keiner nachkommt. Ha, wie schnell ich gehen kann. Da bleiben sie alle auf den Straßen stehen und wundern sich. Wie darf man jemanden so anschauen, der tot ist? Das ist zu die Marineoffiziere stehen spalier. Guten Morgen, meine Herren, öffnen Sie das Tor, Herr Matador. Erkennen Sie mich nicht? Ich bin ja die Tote. Sie müssen mir darum nicht die Hand küssen. Wo ist denn meine Gruft? Hat man die auch unterschlagen? Gott sei Dank, es ist gar nicht der Friedhof. Das ist ja der Park in Mentone. Der Papa wird sich freuen, dass ich Schlangen habe ich keine Angst, wenn mich nur keine in den Fuß beißt. Oh weh. Was ist denn? Wo bin ich denn? Habe ich geschlafen? Ja, geschlafen habe ich. Ich muss sogar geträumt haben. Mir ist so kalt in den Füßen. Im rechten Fuß ist mir kalt. Wieso denn? Da ist am Knöchel ein kleiner Riss im Strumpf. Warum sitze ich Es muss ja längst geläutet haben zum Diner. Oh Gott, wo war ich denn? So weit fahre ich fort. Was habe ich denn geträumt? Ich glaube, ich war schon tot. Und keine Sorgen habe ich gehabt und mir nicht den Kopf zerbrechen müssen? 30.000. 30.000, ich muss zurück. Es ist schrecklich, dass ich zurück muss. Aber es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Herr von Dorste erwartet meine Entscheidung. Entscheidung. Entscheidung, nein, nein, Herr von Dorste, kurz und gut, nein. Sie haben gescherzt, Herr von Dorste, selbstverständlich, ja, das werde ich ihm sagen, das ist ausgezeichnet. Er schert zwar nichts hervornehm, Herr von Dorste, aber ich will Ihnen verzeihen. Ich telegrafiere morgen früh an Papa, Herr von Dorste, dass das Geld pünktlich in Dr. Fialas Händen sein wird. Wunderbar. Das sage ich ihm. Da bleibt ihm nichts übrig, er muss das Geld abschicken. Muss mich gehabt hat. Aber er schickt ja das Geld gar nicht ab. Nein, Fräulein Else, so haben wir nicht gewettet. Telegrafieren Sie dem Papa, was Ihnen beliebt, ich schicke das Geld nicht ab. Sie sollen nicht glauben, Fräulein Else, dass ich mich von so einem kleinen Mädel übertölbeln lasse. Ich, der Vicomte von Éperie. Ich muss vorsichtig gehen, der Weg ist ganz dunkel. Sonderbar, es ist mir wohler als vorher. Es hat sich doch gar nichts geändert und mir ist wohler. Was habe ich denn nur geträumt? Von einem Matador? Was war das denn für ein Matador? Es ist doch weiter zum Hotel, als ich gedacht habe. Sie sitzen gewiss noch alle beim Diner. Ich werde mich ruhig an den Tisch setzen und sagen, dass ich Migräne gehabt habe und lasse mir nach servieren. Herr von Dorste wird am Ende selbst zu mir kommen und mir sagen, dass das Ganze nur ein Scherz war. Entschuldigen Sie, Fräulein Else, entschuldigen Sie den schlechten Spaß, ich habe schon an meine Bank telegrafiert. Aber er wird es nicht sagen. Er hat nicht telegrafiert. Es ist alles noch genauso wie früher. Er wartet. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich will niemanden mehr sehen. Ich will nicht mehr ins Hotel. Ich will nicht mehr nach Hause. Ich will nicht nach Wien. Zu niemandem will ich. Zu keinem Menschen. Nicht zu Papa und nicht zu Mama. Nicht zu Rudi und nicht zu Fred. Nicht zu Bertha und nicht zu Tante Irene. Die ist noch die Beste. Die würde alles verstehen. Aber ich habe nichts mehr mit ihr zu tun und mit niemandem mehr. Wie riesig es dasteht das Hotel. Wie eine ungeheure beleuchtete Zauberburg. Alles ist so riesig. Die Berge auch. Man könnte sich fürchten. Noch nie waren sie so schwarz. Der Mond ist noch nicht da. Der geht erst zur Vorstellung auf. Zur großen Vorstellung auf der Wiese. wenn der Herr von Dorste seine Sklavin nackt tanzen lässt. Was geht mich denn der Herr Dorste an? Nun, Mademoiselle Else, was machen sie denn für Geschichten? Sie waren doch schon bereit, auf und davon zu gehen, die Geliebte von fremden Männern zu werden, von einem nach dem anderen. Und auf die Kleinigkeit, die Herr von Dorste von ihnen verlangt, kommt es ihnen an? Für einen Perlenschmuck, für schöne Kleide, für eine Villa am Meer sind sie bereit, sich zu verkaufen? Das Leben ihres Vaters ist ihnen nicht so viel wert? Es wäre gerade der richtige Anfang. Es wäre dann gleich die Rechtfertigung für alles andere. Ihr wart es, könnte ich sagen. Ihr habt mich dazu gemacht. Ihr alle seid schuld, dass ich so geworden bin. Nicht nur Papa und Mama. Auch der Rudi ist schuld und der Fred und alle, alle, weil sich ja niemand um einen kümmert. Ein bisschen Zärtlichkeit, wenn man hübsch aussieht und dann ein bisschen Besorgtheit, wenn man Fieber hat und in die Schule schicken sie einen und zu Hause lernt man Klavier und Französisch und im Sommer geht man aufs Land und zum Geburtstag kriegt man Geschenke und bei Tisch reden sie über allerlei. Aber was in mir vorgeht und was in mir wühlt und Angst hat, habt ihr euch darum je gekümmert? Manchmal im Blick von Papa war eine Ahnung davon aber ganz flüchtig und dann war gleich wieder der Beruf da und die Sorgen und das Börsenspiel und wahrscheinlich irgendein Frauenzimmer ganz im Geheimen nichts sehr Feines unter uns und ich war wieder allein nun was tätst du Papa was tätst du heute wenn ich nicht da wäre da stehe ich ja da stehe ich vor dem Hotel furchtbar da hineingehen zu müssen all die Leute zu sehen den Herr von Dorste die Tante Sissi wie schön war das früher auf der Bank am Waldesrand wie ich schon tot war Matador wenn ich nur drauf käme was eine Regatta war es richtig und ich habe vom Fenster aus zugesehen aber wer war der Matador wenn ich nur nicht so müde wäre so furchtbar müde und da soll ich bis Mitternacht aufbleiben und mich dann ins Zimmer von Herrn von Dorste schleichen vielleicht begegne ich der Sissi auf dem Gang hat sie was unter dem Schlafrock wenn sie zu ihm kommt es ist schwer wenn man in solchen Dingen nicht geübt ist soll ich sie um Rat fragen die Sissi natürlich würde ich nicht sagen dass es sich um Dorste handelt sondern sie müsste sich denken ich habe ein nächtliches Rendezvous mit einem von den hübschen jungen Leuten hier im Hotel zum Beispiel mit dem langen blonden menschen der die leuchtenden augen hat aber der ist ja nicht mehr da plötzlich war er verschwunden ich habe doch gar nicht an ihn gedacht bis zu diesem Augenblick aber es ist leider nicht der lange blonde mensch mit den leuchtenden Augen auch der Paul ist es nicht es ist der herr von dorst also wie mache ich es denn was sage ich ihm einfach ja ich kann doch nicht zu herrn dorst der ins zimmer kommen er hat sicher lauter elegante flakos auf dem waschtisch und das zimmer riecht nach französischem parfum nein nicht um die welt zu ihm lieber im freien da geht er mich nichts an der himmel ist zu hoch ich muss gar nicht an den herrn dorst denken ich muss ihn nicht einmal anschauen und wenn er es wagen würde mich anzurühren einen tritt bekäme er mit meinen nackten füßen ach wenn es doch ein anderer wäre irgendein anderer alles alles könnte er von mir haben heute nacht jeder andere nur dorst den nicht und gerade der gerade der wie seine augen stechen und bohren werden mit dem monokel wird er dastehen und grinsen aber nein er wird nicht grinsen er wird ein vornehmes gesicht schneiden elegant er ist ja solche dinge gewohnt wie viele hat er schon so gesehen hundert oder tausend aber war schon einer darunter wie ich nein gewiss nicht ich ich ihm sagen dass er nicht der erste ist der mich so sieht ich werde ihm sagen dass ich einen geliebten habe aber erst wenn die 30.000 gulden an fiala abgesandt sind dann werde ich ihm sagen dass er ein narr war dass er mich auch hätte haben können um dasselbe geld dass ich schon zehn liebhaber gehabt habe 20 hundert aber das wird er mir nicht glauben und wenn er es mir glaubt was hilft es mir wenn ich ihm nur irgendwie die Freude verderben könnte wenn noch einer dabei wäre warum nicht er hat ja nicht gesagt dass er mit mir allein sein muss ach Herr von Dorste ich habe solche Angst vor Ihnen wollen Sie mir nicht freundlichst gestatten einen guten Bekannten mitzubringen oh das ist keineswegs gegen die Abrede Herr von Dorste wenn es mir beliebte dürfte ich das ganze Hotel dazu einladen und Sie wären trotzdem verpflichtet die 30.000 Gulden abzuschicken aber ich begnüge mich damit meinen Vetter Paul mitzubringen oder ziehen Sie etwa einen anderen vor der lange blonde Mensch ist leider nicht mehr Kopf leider auch nicht aber ich finde schon noch wie anderen Sie fürchten Indiskretion darauf kommt es ja nicht an ich lege keinen Wert auf Diskretion wenn man einmal so weit ist wie ich dann ist alles ganz egal das ist heute ja nur der Anfang oder denken Sie aus diesem Abenteuer fahre ich wieder nach Hause als anständiges Mädchen aus guter Familie Nein weder gute Familie noch anständiges junges Mädchen das wäre erledigt ich stelle mich jetzt auf meine eigenen Beine ich habe schöne Beine Herr von Dorste wie Sie und die übrigen Teilnehmer des Festes bald zu bemerken Gelegenheit haben werden also die Sache ist in Ordnung Herr von Dorste um zehn Uhr während alles noch in der Halle sitzt wandern wir im Mondenschein über die Wiese durch den Wald nach ihrer berühmten selbst entdeckten Lichtung das Telegramm an die Bank bringen sie für alle Fälle gleich mit denn eine Sicherheit darf ich doch wohl verlangen von einem solchen Spitzbuben wie Sie und um Mitternacht können sie wieder nach Hause gehen ich bleibe mit meinem Vetter oder sonst wem auf der Wiese im Mondenschein Sie haben doch nichts dagegen Herr von Dorste das dürfen Sie gar nicht und wenn ich morgen früh zufällig tot sein sollte so wundern sie sich weiter nicht dann wird eben Paul das Telegramm aufgeben dafür wird schon gesorgt sein aber bilden sie sich dann um Gottes Willen nicht ein dass sie elender Kerl mich in den Tod getrieben haben ich weiß schon lange dass es so mit mir enden wird fragen sie doch nur meinen Freund Fred ob ich es ihm nicht schon öfters gesagt habe Fred das ist nämlich Herr Friedrich Wenkheim nebst bei der einzige anständige mensch den ich in meinem leben kennengelernt habe der einzige den ich geliebt hätte wenn er nicht ein gar so anständiger Mensch wäre ja ein so verworfenes geschöpf bin ich bin nicht geschaffen für eine bürgerliche existenz und Talent habe ich auch keines für unsere Familie wäre es sowieso das beste sie stürbe aus mit dem Rudi wird auch schon irgendein Malheur geschehen der wird sich in Schulden stürzen für eine holländische chansonette und bei van der hüls defraudieren das ist schon so in unserer Familie und der jüngste Bruder von meinem Vater der hat sich erschossen wie er 15 Jahre alt war kein Mensch weiß warum ich habe ihn nicht gekannt lassen sie sich die Fotografie zeigen Herr von Dorste wir haben sie in einem Album ich soll ihm ähnlich sehen kein Mensch weiß warum er sich umgebracht hat und von mir wird es auch keiner wissen ihretwegen keinesfalls Herr von Dorste die Ehre tue ich ihnen nicht an ob mit 19 oder 21 das ist doch egal oder soll ich Bonn werden oder Telefonistin oder einen Herrn Willum mit Zerheiraten oder mich von ihnen aushalten lassen es ist alles gleich ekelhaft und ich komme überhaupt gar nicht mit ihnen auf die Wiese nein das ist alles viel zu anstrengend und zu dumm und zu widerwärtig wenn ich tot bin werden sie schon die Güte haben und die paar tausend Gulden für den Papa absenden denn es wäre doch zu traurig wenn er gerade an dem Tage verhaftet würde an dem man meine Leiche nach Wien bringt aber ich werde einen Brief hinterlassen mit testamentarischer Verfügung Herr von Dorste hat das Recht meinen Leichnam zu sehen meinen schönen nackten Mädchen Leichnam so können sie sich nicht beklagen dass ich sie übers Ohr gehaut habe sie haben doch was für ihr Geld dass ich noch lebendig sein muss das steht nicht in unserem Kontrakt oh nein das steht nirgends geschrieben also den Anblick meines Leichnams vermache ich dem Kunsthändler Dorste und Herrn Fred Wenkheim vermache ich mein Tagebuch aus meinem 17 Lebensjahr weiter habe ich nicht geschrieben und dem Fräulein bei Sissi vermache ich die 5 20 Frank Stücke die ich vor Jahren aus der Schweiz mitgebracht habe sie liegen im Schreibtisch neben den Briefen und Bertha vermache ich das schwarze Abendkleid und Agathe meine Bücher und meinem Vetter Paul dem vermache ich einen Kuss auf meine blassen Lippen und der Sissi vermache ich mein Wrecket weil ich edel bin und man soll mich gleich hier begraben in San Martino di Castrozza auf dem schönen kleinen Friedhof ich will nicht mehr zurück nach Hause auch als Tote will ich nicht mehr zurück und und ich verzeihe ihnen es ist nicht schade um mich haha was für ein komisches Testament ich bin wirklich gerührt zum wievielten Mal laufe ich jetzt eigentlich um das Hotel herum also was jetzt da stehe ich vor dem Tor in der Halle ist noch niemand natürlich sie sitzen ja noch alle beim Diner seltsam sieht die Halle aus so ganz ohne Menschen was will ich denn was will ich denn was tue ich denn da in der Halle gleich werden sie alle kommen vom Diner was soll ich denn tun Herr von Dorste sitzt gewiss auf Nadeln wo bleibt sie denkt er sich hat sie sich am Ende umgebracht oder engagiert sie jemanden dass er mich umbringt oder hält sie ihren Vetter Paul auf mich haben sie keine Angst Herr von Dorste ich bin keine so gefährliche Person ein kleines Luder bin ich weiter nichts für die Angst die sie ausgestanden haben sollen sie auch ihren Lohn haben 12 uhr zimmer nummer 65 im freien wäre es mir doch zu kühl und von ihnen aus herr von dorste begebe ich mich direkt zu meinem vater paul sie haben doch nichts dagegen herr von dorste else else wie was das ist ja pauls stimme das dinier schon aus else ach paul was gibt's denn paul ich stelle mich ganz unschuldig ja wo steckst du denn else wo soll ich denn stecken ich bin spazieren gegangen jetzt während des diniers na wann denn es ist doch die schönste zeit dazu ich red blödsinn die mama hat sich schon alles mögliche eingebildet ich war an deiner zimmertür hab geklopft hab nichts gehört aber im ernst else wie kannst du uns in eine solche unruhe versetzen du hättest mama doch wenigstens verständigen können dass du nicht zum diner kommst du hast ja recht paul aber wenn du eine ahnung hättest was ich für Kopfschmerzen gehabt habe ganz schmelzend red ich oh ich luder ist die jetzt wenigstens besser könnte ich eigentlich nicht sagen ich will vor allem der mama halt paul noch nicht entschuldige mich bei der tante ich will nur für ein paar minuten auf mein zimmer mich ein bisschen her richten dann komme ich gleich herunter und werde mir eine kleinigkeit nach servieren lassen du bist zu blass else soll ich dir die mama heraufschicken aber mach doch keine solchen geschichten mit mir paul und schau mich nicht so an hast du noch nie ein weibliches wesen mit kopfschmerzen gesehen ich komme bestimmt noch herunter in zehn minuten spätestens grüß dich gott paul also auf wiedersehen else gott sei dank dass er geht dummer bub aber lieb was will denn der portier von mir wie ein telegramm pech gekommen herr portier vor einer viertelstunde fräulein warum schaut er mich denn so an so bedauernd um himmels willen was wird denn da drin stehen ich mach sie erst oben auf sonst fall ich vielleicht in ohnmacht am ende hat sich der papa wenn der papa tot ist dann ist ja alles in ordnung dann muss ich nicht mehr mit dem herrn von dorst der auf die wiese gehen oh ich elende person lieber gott mach dass in der tepesh nichts böses steht lieber gott mach dass der papa lebt verhaftet meinetwegen nur nicht tot wenn nichts böses drin steht dann will ich ein opfer bringen ich werde bonn ich nehme eine stellung in einem büro an sei nicht tot papa ich bin ja bereit ich tue alles was du willst gott sei dank dass ich oben bin licht gemacht licht gemacht kühl ist es geworden das fenster war zu lange offen courage courage vielleicht steht drin dass die sache geordnet ist vielleicht hat der onkel bernhard das geld hergegeben und sie telegrafieren mir nicht mit dorste reden ich werde es ja gleich sehen aber wenn ich auf dem plafond schaue kann ich natürlich nicht lesen was in der depesse steht es muss ja sein wiederhole flehentliche bitte mit dorste reden summe nicht 30 sondern 50 sonst alles vergeblich adresse bleibt fiala sondern 50 sonst alles vergeblich trala trala 50 adresse bleibt fiala aber gewiss ob 50 oder 30 darauf kommt es ja nicht an auch dem herrn von dorste nicht das veronal liegt unter der wäsche für alle fälle warum habe ich nicht gleich gesagt 50 ich habe doch daran gedacht sonst alles vergeblich also hinunter geschwind nicht da auf dem bett sitzen bleiben ein kleiner irrtum herr von dorste verzeihen sie nicht 30 sondern 50 sonst alles vergeblich adresse bleibt fiala sie halten mich wohl für einen narren fräulein else keineswegs herr wie kont wie sollte ich für 50 müsste ich jedenfalls entsprechend mehr fordern fräulein sonst alles vergeblich adresse bleibt fiala wie sie wünschen herr von dorste bitte befehlen sie nur vor allem aber schreiben sie die depeche an ihr bankhaus natürlich sonst habe ich ja keine sicherheit ja so mache ich es ich komme zu ihm ins zimmer und erst wenn er vor meinen Augen die depeche geschrieben wie unappetitlich und wo soll ich denn meine kleider hin legen nein nein ich ziehe mich schon hier aus und nehme den großen schwarzen mantel um der mich ganz einhüllt so ist es am bequemsten für beide teile adresse bleibt fiala mir klappern die zähne das fenster ist noch offen zugemacht im freien den tot hätte ich davon haben können schuft 50 tausend er kann zimmer 65 aber vorher sage ich paul er soll in seinem zimmer auf mich warten von dorste gehe ich direkt zu paul und erzähle ihm alles und dann soll paul ihn ohrfeigen ja noch heute nacht ein reichhaltiges programm und dann kommt das veronal nein wozu denn warum denn sterben keine spur lustig lustig jetzt fängt das leben erst an ihr sollt eure freude haben ihr sollt stolz werden auf euer töchterlein ein luder will ich werden wie es die welt noch nie gesehen hat adresse bleibt fiala du sollst deine 50.000 gulden haben papa aber die nächsten die ich mir verdiene um die kaufe ich mir neue nachthemden mit spitzen besetzt ganz durchsichtig und köstliche seidenstrümpfe man lebt nur einmal wozu schaut man denn so aus wie ich licht geworden sind ja ich bin im preis gestiegen herr von dorst ich muss ihm das telegramm zeigen sonst glaubt er mir am ende nicht und denkt ich will ein geschäft bei der sache machen ich werde die depeche auf sein zimmer schicken und etwas dazu schreiben zu meinem lebhaften bedauern sind es nun 50.000 geworden herr von dorst das kann ihnen ja ganz egal sein und ich bin überzeugt ihre gegenforderung war gar nicht ernst gemeint denn sie sind ein vicomt und ein gentleman morgen früh werden sie die 50.000 an denen das Leben meines vaters hängt ohne weiters an fiala senden ich rechne darauf selbstverständlich mein fräulein ich sende für alle fälle gleich hunderttausend ohne jede gegenleistung und verpflichte mich überdies von heute an für den lebensunterhalt ihrer ganzen familie zu sorgen die börsenschulden ihres herrn papas zu zahlen und sämtliche veruntreute mündelgelder zu ersetzen adresse bleibt fiala ja genau so ist der vicomt von epary das ist ja alles unsinn da ist das telegramm was tue ich denn mit dem telegramm ich habe es ja schon gewusst ich muss es ihm auf sein zimmer schicken aber was sonst ich muss ihm etwas dazu schreiben nun ja was soll ich ihm schreiben erwarten sie mich um zwölf nein 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 den triumph soll er nicht haben ich will nicht ich will nicht Gott sei Dank dass ich die pulver da habe das ist die einzige rettung wo sind sie denn um gottes willen man wird sie mir doch nicht gestohlen haben aber nein da sind sie ja da in der schachtel sind sie noch alle da ja das sind sie ich will sie ja nur ansehen die lieben pulver es verpflichtet ja zu nichts auch dass ich sie ins glas schütte verpflichtet ja zu nichts zum fenster hinunter stürzen und dazu hätte ich doch nicht den mut aber das veronal man schläft langsam ein wacht nicht mehr auf keine qual kein schmerz man legt sich ins bett in einem zuge trinkt man es aus träumt und alles ist vorbei vorgestern habe ich auch ein pulver genommen und neulich sogar zwei heute werden es halt ein bisschen mehr sein es ist ja nur für aber warum soll es mich denn grausen wenn er mich anrührt so spucke ich ihm ins gesicht ganz einfach aber wie soll ich ihm denn den brief zukommen lassen ich kann doch nicht den Herrn von dorste durch das stubenmädchen einen brief schicken das beste ich gehe hinunter und rede mit ihm und zeige ihm das telegramm hinunter muss ich ja jedenfalls ich kann doch nicht da eroben im zimmer bleiben ich hielte es ja gar nicht aus drei stunden lang bis der moment kommt auch wegen der tante muss ich hinunter was gibt mich denn die tante an was gehen mich die leute an sehen sie meine herrschaften da steht das glas mit dem veronal so jetzt nehme ich es in die hand so jetzt führe ich es an die lippen ja jeden moment kann ich drüben sein wo es keine tanten gibt und keinen dorste und keinen vater der mündelgelder diffrodiert aber ich werde mich nicht umbringen das habe ich nicht notwendig ich werde auch nicht zu Herrn von dorste ins zimmer gehen fällt mir gar nicht ein ich werde mich doch nicht um 50.000 gulden nackt hinstellen vor einen alten Lebemann um einen Lumpen vor dem Kriminal zu oder wie kommt denn der Herr von dorste dazu gerade der wenn einer mich sieht dann sollen mich auch andere sehen ja herrlicher gedanke alle sollen mich sehen die ganze welt soll mich sehen und dann kommt das veronal nein nicht das veronal wozu denn dann kommt die villa mit den marmor stufen und die schönen jünglinge und die freiheit und die weite welt guten abend fräulein else so gefallen sie mir haha da unten werden sie meinen ich bin verrückt geworden aber ich war noch nie so vernünftig zum ersten mal in meinem leben bin ich wirklich vernünftig alle alle sollen sie mich sehen dann gibt es kein zurück kein nach Hause zu Papa und Mama zu den Onkeln und Tanten dann bin ich nicht mehr das fräulein else dass man an irgendeinen Direktor Willumitzer verkuppeln möchte alle habe ich sie so zum narren den schuften dorste vor allem und komme zum zweiten mal auf die Welt sonst alles vergeblich adresse bleibt fiala haha keine zeit mehr verlieren nicht wieder feig werden herunter das kleid wer wird der erste sein wirst du es sein vetter paul dein glück dass der römerkopf nicht mehr wirst du diese schönen brüste küssen heut nacht wie bin ich schön bertha hat ein schwarzes seidenhemd raffiniert ich werde noch viel raffinierter sein herrliches leben fort mit den strümpfen das wäre unanständig nackt ganz nackt wie wird mich sissy beneiden und andere auch aber sie trauen sich nicht sie möchten ja alle so gern nehmt euch ein Beispiel ich die todlachen über dorste da bin ich herr von dorste rasch auf die post so viel ist es doch wert wo ist das telegramm um gottes willen wo habe ich denn das telegramm da liegt es ja friedlich neben dem veronal wiederhole flehentlich 50.000 sonst alles vergeblich adresse bleibt fiala ja das ist das telegramm das ist ein stück papier und da stehen worte darauf aufgegeben in wien 4 uhr 30 nein ich träume nicht das ist alles wahr und zu hause warten sie auf 50.000 gulden und herr von dorste wartet auch er soll nur warten wir haben ja zeit wie hübsch es ist so nackt im zimmer auf und ab zu spazieren bin ich wirklich so schön wie im spiegel ach kommen sie doch näher schönes fräulein ich will ihre blutroten lippen küssen ich will ihre brüste an meine brüste pressen wie schade dass das glas zwischen uns ist das kalte glas wie gut würden wir uns miteinander vertragen nicht wahr wir brauchten gar niemanden anderen es gibt vielleicht gar keine anderen menschen es gibt telegramme und hotels und berge und bahnhöfe und wälder aber menschen gibt es nicht die träumen wir nur nur der dr fiala existiert mit der adresse es bleibt immer dieselbe oh ich bin keineswegs verrückt ich bin nur ein wenig erregt das ist doch ganz selbstverständlich bevor man zum zweiten Mal auf denn die frühere else ist schon gestorben ja ganz bestimmt bin ich tot da braucht man kein veronal dazu soll ich es nicht weggießen das stubenmädel könnte es aus versehen trinken ich werde einen zettel hinlegen und darauf schreiben gift nein lieber medizin damit dem stubenmädel nichts geschieht so edel bin ich so medizin zweimal unterstrichen und drei ausrufungszeichen jetzt kann nichts mehr passieren und wenn ich dann heraufkomme und keine lust habe mich umzubringen und nur schlafen will dann trinke ich eben nicht das ganze glas aus sondern nur ein viertel davon oder noch weniger ganz einfach alles habe ich in meiner hand am einfachsten wäre ich liefe hinunter so wie ich bin über gang und stiegen aber nein da könnte ich aufgehalten werden ehe ich unten bin und ich muss doch die sicherheit haben dass der herr von dorste dabei ist sonst schickt er natürlich das geld nicht ab der schmutzian aber ich muss ihm ja schreiben das ist doch das wichtigste oh kalt ist die sessellene aber angenehm wenn ich meine villa am italienischen see haben werde dann werde ich in meinem park immer nackt herum spazieren die füllfeder vermache ich freet wenn ich einmal sterbe aber vorläufig habe ich etwas gescheiteres zu tun als zu sterben hoch verehrter herr wie kohnt also vernünftig else keine aufschrift weder hoch verehrt noch hoch verachtet ihre bedingung herr von dorste ist erfüllt in dem augenblick da sie diese zeilen lesen herr von dorste ist ihre bedingung erfüllt wenn auch nicht ganz in der von ihnen vorgesehenen weise nein wie gut das mädel schreibt möchte papa sagen und so rechne ich darauf dass sie ihrerseits ihr wort halten und die 50.000 gulden telegrafisch an die bekannte adresse unverzüglich anweisen lassen werden else nein nicht else gar keine unterschrift so mein schönes gelbes briefpapier habe ich zu weihnachten bekommen schad drum so und jetzt telegramm und brief ins kuvert herr von dorstay zimmernummer 65 wozu die nummer ich lege ihm den brief einfach vor die tür im vorbeigehen aber ich muss nicht ich muss überhaupt gar nichts kaum über die knöchel reicht mein mantel man wird sehen dass meine füße nackt sind was tut man wird noch mehr sehen aber ich bin nicht verpflichtet ich kann gleich wieder umkehren noch bevor ich unten bin im ersten stock kann ich umkehren ich muss überhaupt nichts hinunter gehen aber ich will ja ich freue mich darauf habe ich mir nicht ein ganzes leben lang sowas gewünscht worauf warte ich denn noch ich bin ja bereit die Vorstellung kann beginnen den Brief nicht vergessen man muss gar nichts bemerken wenn ich den mantel um habe nur die füße nur die füße ich nehme die schwarzen lack schuhe dann denkt man es sind fleischfarbene strümpfe so werde ich durch die halle gehen und kein mensch wird ahnen dass unter dem mantel nichts ist als ich ich selber und dann kann ich immer noch herauf wer spielt denn da unten so schön klavier chupin herr von dorste wird etwas nervös sein vielleicht hat er angst vor paul nur geduld geduld wird sich alles finden ich weiß noch gar nichts herr von dorste ich bin selber schrecklich gespannt licht ausschalten ist alles in ordnung in meinem zimmer leb wohl veronal auf wiedersehen leb wohl mein heiß geliebtes spiegelbild wie du im dunkel leuchtest ich bin schon ganz gewohnt unter dem mantel nackt zu sein ganz angenehm wer weiß ob nicht manche so in der halle sitzen und keiner weiß ist ob nicht manche dame so ins theater geht und so in ihrer loge sitzt zum spaß oder aus anderen gründen soll ich zusperren wozu hier wird ja nichts gestohlen und wenn auch ich brauche ja nichts mehr Schluss wo ist niemand ist auf dem gang alles noch unten beim diner 61 62 das sind ja riesige bergschuhe die da vor der türe stehen da hängt eine hose am haken wie unanständig 64 65 so da wohnt er der wie kohnt da unten lehn ich den brief hin an die tür da muss er ihn gleich sehen es wird ihn doch keiner stehlen so da liegt er macht nichts ich kann auch immer tun was ich will habe ich ihn halt zum narren gehalten wenn ich ihm nur jetzt nicht auf der treppe begegne da kommt er nein das ist er nicht der ist viel hübscher als der herr dorst sehr elegant mit dem kleinen schwarzen schnurrbart wann ist denn der angekommen ich könnte eine kleine Probe klein wenig den Mantel liften ich habe große Lust dazu schauen sie mich nur an mein herr sie ahnen nicht an wem sie da vorüber gehen schade dass sie gerade jetzt sich herauf bemühen warum bleiben sie nicht in der halle sie versäumen etwas große vorstellung warum halten sie mich nicht auf mein schicksal liegt in ihrer hand wenn sie mich grüßen so kehre ich wieder um so grüßen sie mich doch ich sehe sie doch so liebenswürdig an er grüßt nicht vorbei ist er er wendet sich um ich spüre es rufen sie grüßen sie retten sie mich vielleicht sind sie an meinem tod schuld mein Herr aber sie werden es nie erfahren adresse bleibt Fiala wo bin ich schon in der sehe ich so schlecht wo ist dorste er ist nicht da ist es ein wink des schicksals ich will zurück ich will einen anderen brief an dorste schreiben ich erwarte sie in meinem zimmer um mit nacht bringen sie die depesche an ihre bank mit nein wo ist dorste dorste wo bist du hat er sich vielleicht umgebracht aus reue über meinen Tod im Spielzimmer wird er sein an einem kartentisch wird er sitzen dann will ich ihm von der tür aus mit den augen ein zeichen geben er wird sofort aufstehen hier bin ich mein fräulein seine stimme wird klingen wollen wir ein wenig promenieren herr dorste wie es beliebt fräulein else wir gehen über den marien weg zum walde hin wir sind allein ich schlage den mantel auseinander die 50.000 sind fällig die luft ist kalt ich bekomme eine lungenentzündung und sterbe warum bin ich denn da bin ich verrückt ich werde zurückgehen in mein zimmer mich geschwind ankleiden das blaue drüber den mantel wie jetzt aber offen da kann niemand glauben dass ich vorher nichts angehabt habe keiner wird es merken man kann es ja gar nicht merken wer spielt so schön chupin nein schuhmann ich irre in der halle umher wie eine fledermaus 50.000 die zeit vergeht ich muss diesen verfluchten herr von dorste finden nein ich muss in mein zimmer zurück ich werde veronal trinken nur einen kleinen schluck dann werde ich gut schlafen nach getaner arbeit ist gut ruhen aber die arbeit ist noch nicht getan wenn der kellner den schwarzen kaffee dem alten herrn dort serviert so geht alles gut aus und wenn er ihn dem jungen ehepaar in der ecke bringt so ist alles verloren wieso was heißt das kaffee triumph alles geht gut an sissi und paul da draußen vor dem hotel gehen sie auf und ab sissi hat keine so schönen brüste wie ich freilich sie hat ja ein kind was reden die zwei wenn man es hören könnte was geht es mich an was sie reden aber ich könnte ja auch vors hotel gehen ihnen guten abend wünschen und dann weiter weiter flattern über die wiese in den wald hinauf steigen klettern immer höher bis auf den simon hinauf mich hinlegen einschlafen erfrieren geheimnisvoller selbstmord einer jungen dame der wiener gesellschaft nur mit einem schwarzen abendmantel bekleidet wurde das schöne mädchen an einer unzugänglichen stelle des simon de la palla tot aufgefunden aber vielleicht findet man mich nicht oder erst im nächsten jahr oder noch später verwest als kelett doch besser hier in der geheizten halle sein und nicht erfrieren nun herr von dorst wo stecken sie denn eigentlich bin ich verpflichtet zu warten sie haben mich zu suchen nicht ich sie ich will noch im spielsaal nachschauen wenn er dort nicht ist hat er sein recht verwirkt und ich schreibe ihm sie waren nicht zu finden herr von dorst sie haben freiwillig verzichtet das entbindet sie nicht von der verpflichtung das geld sofort abzuschicken das geld was für ein geld denn was kümmert mich das es ist mir doch ganz gleichgültig ob er das geld abschickt oder nicht ich habe nicht das geringste mitleid mehr mit papa mit keinem menschen habe ich mitleid auch mit mir selber nicht mein herz ist tot warum schaut mich die holländische familie so an man kann doch unmöglich was merken der Portier sieht mich auch so verdächtig an ist vielleicht eine Depeche gekommen 80.000 100.000 adresse bleibt Fiala wenn eine Depeche da wäre würde er es mir sagen er sieht mich hoch achtungsvoll an er weiß nicht dass ich unter dem mantel nichts anhabe niemand weiß es ich gehe zurück in mein Zimmer zurück 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 wenn ich über die Stufen stolperte das wäre eine nette Geschichte vor drei Jahren auf dem Wörthersee ist eine Dame ganz nackt hinausgeschwommen aber noch am selben Nachmittag ist sie abgereist die Mama hat gesagt es ist eine Operettensängerin aus Berlin Schumann ja Karneval die oder der spielt ganz schön das Kartenzimmer ist aber rechts letzte Möglichkeit Herr von Dorsey wenn er dort ist winke ich ihn mit den Augen zu mir her und sage ihm um Mitternacht werde ich bei ihnen sein sie schuft nein schuft sage ich ihm nicht aber nachher sage ich es ihm irgendwer geht mir nach ich wende mich nicht um nein nein else um gottes willen die tante weiter weiter else ich muss mich umdrehen es hilft mir nichts oh guten abend tante ja else was ist denn mit dir gerade wollte ich zu dir hinauf schauen paul hat mir gesagt ja wie schaust du denn aus wie schaue ich denn aus tante es geht mir schon ganz gut ich habe auch eine kleinigkeit gegessen sie merkt was sie merkt was else du hast ja keine strümpfe an was sagst du da tante meinst ist dir nicht wohl else deine augen du hast fieber du musst sofort zu bett kind du bist totenblass das kommt von der beleuchtung tante alle leute sehen hier blass aus in der halle sie schaut so sonderbar an mir herab sie kann doch nichts merken jetzt nur die fassung bewahren weißt du tante was mir heuer in Wien passiert ist da bin ich einmal mit einem gelben und einem schwarzen schuh auf die straße gegangen kein wort ist wahr ich muss weiter reden was sag ich nur weißt du tante nach migräneanfällen habe ich manchmal solche anfälle von zerstreutheit die mama hat das auch früher gehabt nicht ein wort ist wahr ich werde jedenfalls um den doktor schicken aber ich bitte dich tante es ist ja gar keiner im hotel man müsste einen aus einer anderen ortschaft holen das gesicht von der tante ist angst verzerrt die sache ist ihr unheimlich die augen fallen ihr heraus sag else hast du nicht zufällig paul gesehen ah sie will sich succurs verschaffen fassung alles steht auf dem spiel ich glaube er geht auf und ab vor dem hotel mit sissi moore wenn ich nicht irre vor dem hotel ich werde sie beide herein holen wir wollen noch alle einen tee trinken nicht war gern was für ein dummes gesicht sie macht ich nicke ihr ganz freundlich und harmlos zu fort ist sie ich werde jetzt in mein zimmer gehen nein was soll ich denn in meinem zimmer tun es ist höchste zeit höchste zeit 50.000 50.000 warum laufe ich denn so nur langsam langsam da ist ja das spiel zimmer die whist partie die spielen jeden abend dort spielen zwei Herren schach herr von dorste ist nicht da victoria gerettet wieso denn ich muss weitersuchen 50.000 herr von dorste schuhmann ja karneval habe ich auch einmal studiert schön spielt sie warum denn sie vielleicht ist es ein er vielleicht ist es eine virtuosin ich will einen blick in den musik salon tun da ist ja die tür dorste ich falle um dorste dort steht er am fenster und hört zu wie ist das möglich ich verzehre mich ich werde verrückt ich bin tot und er hört einer fremden dame klavier spielen zu dorste ist er das wirklich er sieht mich nicht jetzt schaut er aus wie ein anständiger mensch er hört zu 50.000 jetzt oder nie leise die tür aufgemacht da bin ich herr von dorste er sieht mich nicht ich will ihm nur ein zeichen mit den augen geben dann werde ich den mantel ein wenig lüften das ist genug ich will fort ich will veronal nehmen und schlafen er schaut auf da bin ich herr von dorste was für Augen er macht seine lippen zittern er bohrt seine augen in meine stirn er ahnt nicht dass ich nackt bin unter dem mantel lassen sie mich fort lassen sie mich fort seine augen glühen seine augen drohen was wollen sie von mir sie sind ein schuft keiner sieht mich als er sie hören zu so kommen sie doch herr von dorste merken sie nichts was wollen sie herr von dorste sie schauen mich an als wenn ich ihre sklavin wäre ich bin nicht ihre sklavin 50.000 bleibt es bei unserer abmachung herr von dorste ich bin bereit da bin ich ich bin ganz ruhig ich lächle verstehen sie meinen blick sein auge spricht zu mir komm sein auge spricht ich will dich nackt sehen nun du schuft ich bin ja nackt was willst du denn noch schickt die depesche ab sofort es rieselt durch meine haut wie wundervoll ist es nackt zu sein die dame spielt weiter sie weiß nicht was hier geschieht niemand weiß es nackt stehe ich da dorste reißt die augen auf jetzt endlich glaubt er es die dame spielt nicht mehr der papa ist gerettet 50.000 adresse bleibt fiala wer lacht denn da ich selber was sind denn das für gesichter um mich zu dumm dass ich lache ich will nicht lachen ich will nicht else wer ruft else das ist paul er muss hinter mir sein ich spüre einen luftzug über meinen nackten rücken es saust in meinen ohren vielleicht bin ich schon tot was wollen sie her von dorste warum sind sie so großen stürzen über mich her was habe ich denn getan was habe ich denn getan was habe ich denn getan ich falle um alles ist vorbei warum ist denn keine musik mehr ein arm schlingt sich um meinen nacken das ist paul da liege ich der mantel fliegt auf mich herab und ich liege da die leute halten mich für ohnmächtig nein ich bin nicht ohnmächtig ich bin bei vollem bewusstsein ich bin hundertmal wach ich bin tausendmal wach ich muss nur immer lachen jetzt haben sie ihren willen herr von dorste sie müssen das geld für papa schicken sofort ich will nicht schreien und ich muss immer schreien warum muss ich denn schreien meine Augen sind zu niemand kann mich sehen papa ist gerettet else das ist die tante else else ein arzt ein arzt geschwind zum portier was ist denn passiert das ist ja nicht möglich das arme kind was reden sie denn da was murmeln sie denn da ich bin kein armes kind ich bin glücklich der filou hat mich nackt gesehen oh ich schäme mich so was habe ich getan nie wieder werde ich die Augen öffnen bitte die Türe schließen warum soll man die Türe schließen was für gemurmel tausend leute sind um mich sie halten mich alle für ohnmächtig ich bin nicht ohnmächtig ich träume nur beruhigen sie sich doch gnädige frau ist schon um den arzt geschickt es ist ein ohnmacht anfall wie weit sie alle weg sind sie sprechen alle vom simon herunter man kann sie doch nicht auf dem boden liegen lassen hier ist ein plate eine decke decke oder plate das ist ja gleichgültig bitte doch um ruhe auf den divan bitte doch endlich die türe zu schließen nicht so nervös sein sie ist ja geschlossen else else wenn die tante nur endlich still wäre hörst du mich else du siehst doch mama dass sie ohnmächtig ist gott sei dank für euch bin ich ohnmächtig bleibe auch ohnmächtig wir müssen sie auf ihr zimmer bringen was ist denn da geschehen um gottes willen sissy wie kommt denn sissy auf die wiese ach es ist ja nicht die wiese else bitte um ruhe bitte ein wenig zurück treten hände hände unter mir was wollen sie denn wie schwer bin ich pauls hände fort fort hast du eine ahnung von wem die depeche guten abend meine herrschaften else hörst du mich lassen sie doch frau sissy ach paul der direktor sagt es kann vier stunden dauern bis der doktor da ist sie sieht aus als wenn sie schliefe ich liege auf dem divan paul hält meine hand er fühlt mir den puls richtig er ist ja arzt von gefahr ist keine rede mama ein anfall keinen tag länger bleibe ich im hotel bitte dich mama morgen früh reisen wir ab aber einfach über die dienerschaftsstiege die tragbare wird sofort hier sein wollen sie nicht dafür sorgen herr direktor dass die leute sich endlich von der türe entfernen reg dich doch nicht auf mama es ist eine rücksichtslosigkeit von den leuten warum flüstern sie denn alle wie in einem sterbezimmer gleich wird die tor herr matador der gang ist frei die leute könnten doch wenigstens so viel rücksicht haben ich bitte dich mama beruhige dich doch bitte gnädige frau wollen sie sich nicht ein wenig meiner mutter annehmen frau sie sie ist seine geliebte aber sie ist nicht so schön wie ich was ist denn schon wieder was geschieht denn da sie bringen die bahre ich sehe es mit geschlossenen augen das ist die bahre auf der sie die verunglückten tragen auf der ist auch der dr zigmundi gelegen der vom simon abgestürzt ist und jetzt werde ich auf der bahre liegen ich bin auch abgestürzt nein ich will nicht noch einmal schreien sie flüstern wer beugt sich über meinen Kopf es riecht gut nach zigaretten seine hand ist unter meinem Kopf hände unter meinem rücken hände unter meinen beinen fort fort rührt mich nicht an ich bin ja nackt pfui was wollt ihr denn lasst mich in ruhe es war nur für papa bitte vorsicht so langsam der pläht ja danke frau sisi warum dankt er ihr was hat sie denn getan was geschieht mit mir wie gut wie gut ich schwebe ich schwebe ich schwebe hinüber man trägt mich man trägt mich zum grabe vielleicht sind sie so gut vorauszugehen frau sisi und sehen ob in elses zimmer alles in ordnung ist was hat sisi in meinem zimmer zu tun das veronal das veronal wenn sie es nur nicht weggießen dann müsste ich mich doch zum fenster hinunterstürzen danke sehr herr direktor bemühen sie sich nicht weiter ich werde mir erlauben später wieder nachzufragen die treppe knarrt die träger haben schwere bergstiefel wo sind meine lackschuhe im musikzimmer geblieben man wird sie stehlen ich habe sie der agate vermachen wollen fred kriegt meine füllfeder sie tragen mich sie tragen mich trauerzug wo ist dorste der mörder fort ist er auch der filou ist fort er ist gleich wieder auf die wanderschaft gegangen er ist nur zurückgekommen um einmal meine weißen brüste zu sehen und jetzt ist er wieder fort er geht an den schwindeligen weg zwischen felsen und abgrund leb wohl leb wohl ich schwebe ich schwebe sie sollen mich nur hinauftragen immer weiter bis zum dach bis zum himmel das wäre so bequem ich habe es ja kommen gesehen Paul was hat die tante kommen gesehen schon die ganzen letzten tage habe ich so etwas kommen gesehen sie ist überhaupt nicht normal sie muss natürlich in eine anstalt aber mama jetzt ist doch nicht der moment davon zu reden anstalt anstalt du denkst doch nicht Paul dass ich in ein und demselben coupé mit dieser person nach wien fahren werde da könnte man schöne sachen erleben es wird nicht das geringste passieren mama ich garantiere dir dass du keinerlei ungelegenheiten haben wirst wie kannst du das garantieren nein tante du sollst keine ungelegenheiten haben niemand wird ungelegenheiten haben nicht einmal herr von dorste wo sind wir denn wir bleiben stehen wir sind im zweiten stock ich werde blinzeln Sissi steht in der tür und spricht mit Paul hierher bitte so so hier danke rücken sie die bahre ganz nah ans bett heran sie heben die bahre sie tragen mich wie gut nun bin ich wieder zu hause ah danke so ist es schon recht bitte die türe zu schließen wenn sie so gut sein wollten mir zu helfen Sissi oh mit vergnügen herr doktor langsam bitte hier bitte Sissi fassen sie sie an hier an den beinen vorsichtig und dann Else hörst du mich aber natürlich höre ich dich Paul ich höre alles aber was geht euch das an es ist ja so schön ohnmächtig zu sein ach macht was ihr wollt Paul gnädige Frau glaubst du wirklich dass sie bewusstlos ist Paul du sie sagt ihm du hab ich euch erwischt du sagt sie ihm ja sie ist vollkommen bewusstlos das kommt nach solchen Anfällen gewöhnlich vor nein Paul du bist zum kranklachen wenn du dich so erwachsen als Doktor benimmst hab ich euch schwindelbande hab ich euch still Sissi warum denn wenn sie nichts hört was ist denn geschehen nackt liege ich im Bett unter der Decke wie haben sie das gemacht nun wie geht's besser das ist ja die Tante was will sie denn da noch immer ohnmächtig auf den Zehenspitzen schleicht sie heran sie soll zum Teufel gehen ich lass mich in keine Anstalt bringen ich bin nicht irrsinnig kann man sie nicht zum Bewusstsein erwecken sie wird bald wieder zu sich kommen Mama jetzt braucht sie nichts als Ruhe übrigens du auch Mama Möchtest du nicht schlafen gehen es besteht absolut keine Gefahr ich werde zusammen mit Frau Sissi bei Else Nachtwache halten jawohl gnädige Frau ich bin die Garde Dame oder Else wie man's nimmt elendes Frauenzimmer ich liege hier ohnmächtig und sie macht Späße und ich kann mich darauf verlassen Paul dass du mich wecken lässt sobald der Arzt kommt aber Mama der kommt nicht vor morgen früh sie sieht aus als wenn sie schliefe ihr Atem geht ganz ruhig es ist ja auch eine Art von Schlaf Mama morgen reisen wir ab unter jeder Bedingung und im Bozen nehmen wir eine Wärterin für Else was eine Wärterin da werdet ihr euch aber täuschen über all das reden wir morgen Mama gute Nacht Mama wo ist das Veronal ich muss noch warten sie begleiten die Tante zur Tür jetzt zieht mich niemand auf dem Nachttisch muss es ja stehen das Glas mit dem Veronal wenn ich es austrinke ist alles vorbei gleich werde ich es trinken die Tante ist fort Paul und Sissi stehen noch an der Tür haha sie küsst ihn sie küsst ihn und ich liege nackt unter der Decke schämt ihr euch denn gar nicht sie küsst ihn wieder schämt ihr euch nicht siehst du Paul jetzt weiß ich dass sie ohnmächtig ist sonst wäre sie mir unbedingt an die Kehle gesprungen möchtest du mir nicht den Gefallen tun und schweigen Sissi aber was willst du denn Paul entweder ist sie wirklich bewusstlos dann hört und sieht sie nichts oder sie hält uns zum Narren dann geschieht ihr ganz recht es hat geklopft Sissi mir kam es auch so vor ich will leise aufmachen und sehen wer es ist guten Abend Herr von Doors Day verzeihen Sie ich wollte nur fragen wie sich die Kranke Dorste Dorste wagt er es wirklich alle Bestien sind losgelassen wo ist er denn ich höre sie flüstern vor der Tür Paul und Dorste Sissi stellt sich vor den Spiegel hin was reden sie da draußen vor der Tür Paul und Dorste ich fühle Sissis Blick vom Spiegel aus sieht sie zu mir her was will sie denn warum kommt sie denn näher Hilfe 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 ich schreie doch und keiner hört mich was wollen sie an meinem Bett Sissi warum beugen sie sich herab wollen sie mich erwürgen ich kann mich nicht rühren Else was will sie denn Else hören sie mich Else ich höre aber ich schweige ich bin ohnmächtig ich muss schweigen Else sie haben uns in einen schönen Schreck versetzt sie spricht zu mir sie spricht zu mir als wenn ich wach wäre was will sie denn wissen sie was sie getan haben Else denken sie nur mit dem Mantel bekleidet sind sie ins Musikzimmer getreten sind plötzlich nackt dagestanden vor allen Leuten und dann sind sie ohnmächtig hingefallen ein hysterischer Anfall wird behauptet ich glaube kein Wort davon ich glaube auch nicht dass sie bewusstlos sind ich wette sie hören jedes Wort das ich rede ja ich höre ja 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 aber sie hört mein Ja nicht warum denn nicht ich kann meine Lippen nicht bewegen darum hört sie mich nicht ich kann mich nicht rühren was ist denn mit mir bin ich tot bin ich scheintot träume ich wo ist das Veronal ich möchte mein Veronal trinken aber ich kann den Arm nicht ausstrecken gehen sie fort Sissi sie geht zur Türe sie wendet sich noch einmal nach mir um sie öffnet die Türe Dorste dort steht er ich habe ihn gesehen mit geschlossenen Augen nein ich sehe ihn wirklich ich habe die Augen offen die Türe ist angelehnt Sissi ist auch draußen nun flüstern sie alle ich bin allein wenn ich mich jetzt rühren könnte ha ich kann ja kann ja ich bewege die Hand ich rege die Finger ich strecke den Arm ich sperre die Augen weit auf ich sehe ich sehe da steht mein Glas geschwind ehe sie wieder ins Zimmer kommen sind es nur Pulver genug nie wieder darf ich erwachen was ich zu tun hatte auf der Welt habe ich getan der Papa ist gerettet niemals könnte ich wieder unter Menschen gehen Paul guckt durch die Türspalte herein er denkt ich bin noch ohnmächtig er sieht nicht dass ich den Arm beinahe schon ausgeschreckt habe nun stehen sie wieder alle drei draußen vor der Tür die Mörder alle sind sie Mörder Dorste und Sissi und Paul auch Fred ist ein Mörder und die Mama ist eine Mörderin alle haben sie mich gemordet und machen sich nichts wissen sie hat sich selber umgebracht werden sie sagen ihr habt mich umgebracht ihr alle ihr alle habe ich es endlich geschwind geschwind ich muss keinen Tropfen verschütten so geschwind es schmeckt gut weiter weiter es ist gar kein Gift nie hat mir was so gut geschmeckt wenn ihr wüsstet wie gut der Tod schmeckt gute Nacht mein Glas klirr klirr was ist denn das auf dem Boden liegt das Glas unten liegt es gute Nacht Else Else was wollt ihr denn Else seid ihr wieder da guten Morgen da liege ich bewusstlos mit geschlossenen Augen nie wieder sollt ihr meine Augen sehen sie muss sich bewegt haben Paul wie hätte es sonst herunterfallen können eine unwillkürliche Bewegung das wäre schon möglich wenn sie nicht wach ist was fällt dir ein Sissi ich habe Veronal getrunken ich werde sterben aber es ist gerade so wie vorher vielleicht war es nicht genug Paul fasst meine Hand der Puls geht ruhig lach doch nicht Sissi das arme Kind ob du mich auch ein armes Kind nennen würdest wenn ich mich im Musikzimmer nackt hingestellt hätte schweig doch Sissi ganz nach Belieben mein Herr vielleicht soll ich mich entfernen dich mit dem nackten Fräulein allein lassen ach bitte geniere dich nicht tu als ob ich nicht da wäre ich habe Veronal getrunken es ist gut ich werde sterben Gott sei Dank übrigens weißt du was mir vorkommt dass dieser Herr von Dorste in das nackte Fräulein verliebt ist er war so erregt als ginge ihn die Sache persönlich an Dorste Dorste das ist ja der 50.000 wird er sie abschicken um Gottes Willen wenn er sie nicht abschickt ich muss es ihnen sagen sie müssen ihn zwingen um Gottes Willen wenn alles umsonst gewesen ist aber jetzt kann man mich noch retten Paul Sissi warum hört ihr mich denn nicht wisst ihr denn nicht dass ich sterbe aber ich spüre nichts nur müde bin ich Paul ich bin müde hörst du mich denn nicht ich bin müde Paul ich kann die Lippen nicht öffnen ich kann die Zunge nicht bewegen aber ich bin noch nicht tot das ist das Veronal wo seid ihr denn gleich schlafe ich ein dann wird es zu spät sein ich höre sie gar nicht reden sie reden und ich weiß nicht was ihre Stimmen brausen so so hilf mir doch Paul die Zunge ist mir so schwer ich glaube Sissi dass sie bald erwachen wird es ist als wenn sie sich schon müde die Augen zu öffnen aber Sissi was tust du denn nun ich umarme dich warum denn nicht sie hat sich auch nicht geniert nein ich habe mich nicht geniert nackt bin ich dagestanden vor allen Leuten wenn ich nur reden könnte so würdet ihr verstehen warum Paul Paul ich will dass ihr mich hört ich habe Veronal getrunken Paul 10 Pulver 100 ich habe es nicht tun wollen ich war verrückt ich will nicht sterben du sollst mich retten Paul du bist ja Doktor rette mich jetzt scheint sie wieder ganz ruhig geworden der Puls der Puls ist ziemlich regelmäßig rette mich Paul ich beschwöre dich lass mich doch nicht sterben jetzt ist es noch Zeit aber dann werde ich einschlafen und ihr werdet es nicht wissen ich will nicht sterben so rette mich doch es war nur wegen Papa Dorste hat es verlangt Paul Paul schau mal her Sissi scheint dir nicht dass sie lächelt wie sollte sie nicht lächeln Paul wenn du immerfort zärtlich ihre Hand hältst Sissi Sissi was habe ich dir denn getan dass du so böse zu mir bist behalte deinen Paul aber lass mich nicht sterben ich bin noch so jung die Mama wird sich kränken ich will noch auf viele Berge klettern ich will noch tanzen ich will auch einmal heiraten ich will noch reisen morgen machen wir eine Partie auf dem Simon morgen wird ein wunderschöner Tag sein der Filou soll mitkommen ich lade ihn ergebenst ein lauf ihm doch nach Paul er geht einen so schwindligen Weg er wird dem Papa begegnen Adresse bleibt Fiala vergiss nicht es sind nur 50.000 und dann ist alles in Ordnung da marschieren sie alle im Sträflingsgewand und singen mach auf das Tor Herr Matador das ist ja alles nur ein Traum da geht auch Fred mit dem heißeren Fräulein und unter dem freien Himmel steht das Klavier der Klavierstimmer wohnt in der Badensteinstraße Mama warum hast du ihm denn nicht geschrieben Kind du vergisst aber alles sie sollten mehr Skalen üben Else ein Mädel mit 13 Jahren sollte fleißiger sein Rudi war auf dem Maskenball und ist erst um 8 Uhr früh nach Hause gekommen was hast du mir mitgebracht Papa 30.000 Puppen da brauche ich ein eigenes Haus dazu aber sie können auch im Garten spazieren gehen oder auf den Maskenball mit Rudi grüß dich Gott Else ach Bertha bist du wieder aus Neapel zurück ja aus Sizilien erlaube dass ich dir meinen Mann vorstelle Else Else hörst du mich Else ich bin es Paul haha Paul warum sitzt du denn auf der Giraffe im Ringelspiel Else Else so reit mir doch nicht davon du kannst mich doch nicht hören wenn du so schnell durch die Hauptallee reitest du sollst mich ja retten ich habe Veronalika genommen das läuft mir über die Beine rechts und links wie Ameisen ja fang ihn nur den Herren von Dorste dort läuft er siehst du ihn denn nicht da springt er über den Teich er hat er dem Papa umgebracht so lauf ihm doch nach ich laufe mit sie haben mir die Bahre auf den Rücken geschnallt aber ich laufe mit meine Brüste zittern so aber ich laufe mit wo bist du denn Paul Fred wo bist du Mama wo bist du Sissi warum lasst ihr mich denn alleine durch die Wüste laufen ich habe ja Angst zu allein ich werde lieber fliegen ich habe ja gewusst dass ich fliegen kann Else Else wo seid ihr denn ich höre euch aber ich sehe euch nicht Else 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 was ist denn das was ist denn das ein ganzer Chor und Orgel auch ich singe mit was ist denn das für ein Lied alle singen mit die Wälder auch und die Berge und die Sterne nie habe ich etwas so schönes gehört noch nie habe ich eine so helle Nacht gesehen gib mir die Hand Papa wir fliegen zusammen so schön ist die Welt wie man fliegen kann küss mir doch nicht die Hand ich bin ja dein Kind Papa Else Else sie rufen von so weit was wollt ihr denn nicht wecken ich schlafe ja so gut morgen früh ich träume und fliege ich fliege 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 schlafe und träume und fliege nicht wecken morgen früh ich fliege ich träume ich schlafe ich treu treu ich fliege